So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Freitag, heute wieder mit Suppen. Hallo? Hallo? Fest? Ah ja, doch, doch. Ich bin da. Ich dachte eben schon, wieso ist das Sound? Ach so, hä? Ich verstehe das gerade nicht. Nee, also ich sollte nicht stumm sein. Hört man mich, hallo? Wieso? Hört man das Spiel aber nicht? Ja, ja, ich hab nur nichts gesagt, weil... Wieso? Was? Wieso Spiel? Äh, das hat doch das letzte Mal geklappt. Hm... Mh... tatsächlich ich vermute das wird es gewesen sein aber jetzt hört man den ton wieder oder windows update sind ja immer für ihn dann ganz genau ganz genau ich hätte es wahrscheinlich nicht machen sollen so einfach ist das so einfach ist das wir sind ja noch wir haben wir haben noch fünf minuten käre wasser und musik kein ton aber ich wusste jetzt auch nicht was ton für geräusche macht außer klirren wenn er zerbricht na so meinte ich das doch gar nicht geisterfuchs und meinte ich das gar nicht wir haben noch fünf minuten da kann ich noch ein bisschen troubleshooting machen gott 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 die technik die technik kavazu sagt den habe ich noch nicht genauer angeguckt aber der ist gut ja also ich habe gesehen du hast dir den direkt geholt und direkt ausgestattet wieso kann ich die ads nicht mehr einen twitch erst da doch wieso klappst du nicht 180 minuten bitte und gibt wie wieso gibst du nicht wieso ich fluche gerade über meinen stream deck nicht dass ihr euch wundert es ist drin ist drin komisch die karat auf steroids so gott kerl ist ja schon ist ja schon ein best hier so das machen wir zu troubleshooting guide brauchen wir nicht mehr hier hätte ich noch gerne die stats für obs damit ich sehe wenn die frames eintoppen 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 hey jetzt naja direkt geholt er kam halt aus dem delis aus dem delisam du glückspilz elender und sagte hier bin ich weiß nirgendwo mal kriegst du border coin bestes artefakt sein passive triggert border coin oh ok ok wobei border coin also da würde ich mir echt schwer tun mein border coin von zermia runter zu packen ich glaube das würde ich nicht machen gut dann der dritt das stimmt alles sound haben wir es mich ja total irritiert ist ist der mixer hier ich bin nicht glücklich damit ja so ist besser ich habe nämlich zuerst die falsche tonspur hier gesehen im obs und habe gedacht es gibt keinen spiel sound aber tut es doch und leicht zu bauen er braucht nur speed und attack also eigentlich wie carrot eigentlich brauchen die beide ja kein speed weil kannst du immer noch oxlots probieren aber karet ist glaube ich auch nicht so schwierig zu bauen wobei sie bei mir jetzt was heute benutzt oder was am mittwoch ich weiß es gerade nicht mehr hat auch nichts gebracht hat auch nichts gebracht gut wir haben kurz vor drei ich denke ich kann schon mal in spiel reinladen also erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren freitag heute wieder mit subnautica ein wenig im wasserplanschen bei den nicht ganz so heißen temperaturen wobei sie auch schon wieder besser wird gerade zumindest bei uns soll es morgen glaube ich ganz ein bisschen sonnig werden dann wieder schlecht nächste woche soll nicht so toll werden der kostenlose wetterbericht aus münchen und hier haben wir schon vier stunden ja das laden wir doch mal rein sonne ist ja eh vom popo nee 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 gibt mir regen und stimmen nee nee sommer gewitter ist okay aber ich bin ja ein sonnen kind ich habe lieber die sonne ich mag es lieber richtig heiß aber eben mal wieder den klassiker bei meiner kaffeemaschine gemacht ich habe auch kaffee gedrückt und zu spät gemerkt dass zu wenig bohnen oben im behälter drin waren und jetzt habe ich einen etwas wässrigeren kaffee aber na und guten abend jack ein wir haben nicht kurz vor drei um was ging es eigentlich kurz vor drei wir sind natürlich etwas zu früh ich habe aber noch ein bisschen technik probleme gehabt und daher passt das wir starten also wahrscheinlich um punkt 9 uhr mit subnautica worum es ging wir sind mit diesem schiff das man da gerade sieht abgestürzt auf diesen panzerplaneten den man da unten sieht der größtenteils ich glaube ganz zu 99,9 prozent aus wasser besteht wenn ich sogar zu 100 prozent ich habe jedenfalls noch kein land gesehen das könnte man auch etwas metaphorisch sehen abgestürzt auf diesen planeten und sind ein bisschen rumgeschwommen und versuchen wieder von diesem planeten runter zu kommen was sich als schwieriger darstellt als ja man denkt aber das ist natürlich das spiel halt es ist ein survival spiel im wasser unter wasser mit fischen und fischmonstern ich weiß es noch nicht genau wir haben erst vier stunden rein das wird jedenfalls uns jetzt freitags begleiten subnautica zumindest die nächste zeit ich weiß nicht ob ich es schaffe weil ich bin in survival spielen echt schlecht das bedeutet auch da teilweise hilfe von euch um das überhaupt zu schaffen wir schauen mal weil ich bin jetzt schon nach vier stunden weiter als ich jemals ich habe subnautica schon mal früher gespielt war von daher das ist gut worum geht jetzt das letzte mal sind wir ein bisschen rumgeschwommen haben die sachen der kunde erkundigt ja erkundet und geschaut was wir bauen können und haben auch schon mit unserer basis angefangen das bedeutet man kann ja eine unterwasserbasis bauen ich habe auch schon ein mini u boot gebaut ich habe auch schon ein ein motorisiertes tauchgerät gebaut und radio also ein strahlen anzug und alles mögliche habe ich und wie man sieht es gibt hier helft man kann natürlich sterben man muss sich ernähren und man muss trinken und man braucht sauerstoff natürlich unter wasser das ist auch immer ganz wichtig hab sonne im herzen und zwiebeln im bauch dann kannst du gut scherzen geisterfuchs das lese ich nicht vor den rest solche worte kommen nicht in meinen mund wenn wir hatten das letzte mal als ich die wasserqualität hochdrehen wollte hatten wir so ein paar einbrüche in den frames mal außenweise nicht im spiel sondern bei der kamera wenn das passieren sollte sagt mir bescheid dann muss ich ein bisschen was ändern aber ja guten abend allerseits guten abend evo cool beziehungsweise michel schön dass du reinschaut also schön dass ihr alle reinschaut also geisterfuchs jack michel toll dass ihr da seid vor allen dingen so pünktlich also ich war etwas überpünktlich das gebe ich zu aber ich habe einfach geschaut dass die technik alles klappt weil ich ein paar sachen probieren wollte es war auch ganz gut weil ich hatte am anfang nämlich merkwürdigerweise gedacht ich habe keinen ton und hatte doch ton aber da hat obs nur einen kleinen streich gespielt nee die kommen aus der anderen richtung was die kommen aus der anderen wer kommt aus der anderen richtung wer kommt aus der anderen richtung also ich habe auch nachdem das letzte mal hat ja jemand im chat gefragt warum ich auf englisch spiele und ich habe mal geschaut ich kann es glaube ich nicht mehr auf deutsch umstellen ich habe geschaut ob ich in steam das umstellen kann auf deutsch ich habe die option nicht gefunden irgendwie das geht anscheinend einfach nicht oder ich war zu doof technik und ich sind halt immer so zwei sachen die funktionieren nicht so ganz miteinander ich schaue gleichzeitig das fußballspiel dein kanal und spiele ww das ist multitasking michel das ist multitasking ich bin stolz auf dich das könnte ich nicht aber schön dass du bei diesem multitasking nicht mit einbeziehst das freut mich tatsächlich wer spielt denn heute ich muss dazu geben ich habe gar keine ahnung von fußball und ich habe auch die em nicht wirklich verfolgt ich bin jetzt nicht so der ich habe früher sehr viel ich habe sehr gerne fußball gespielt aber ich habe es nie gern geguckt weil ich finde fußball ist ein sehr langsames spiel ich habe immer lieber basketball geguckt weil das sehr viel schneller war und fußball ist halt doch sehr langsam italien gegen belgien okay okay und wo w ich wusste gar nicht dass du wo w wieder spielst das ist ja spannend draußen vor der tür deiner basis da steht einer der ja rein scheißt ich weiß geisterfuchs ich weiß lass lieber englisch ja ja ich lasse es jetzt auch auf englisch weil ich habe es halt nicht hinbekommen ich habe es probiert ich habe es probiert kann man das nicht spielintern umstellen da sagst du was jack da sagst du was ich guck mal ich befürchte nein aber da habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt und es sieht auch tatsächlich nicht so aus troubleshooting ich glaube nicht dass es troubleshooting ist oh da sieht man so kann man da sieht man meine das ist ja witzig das zeigt ja meine na wie heißt es ähm na nicht präferenzen also halt mein system an ist ja witzig da seht ihr jetzt mit was ich hier streame immerhin immerhin aber sollte alles lang aber nee ich habe keine ahnung mit der mit der sprache wirklich nicht englisch ist halt besser ich ich sagen so ich bin relativ indifferent es gibt ein paar sehr sehr schlechte deutsche synchros bei computerspielen ich glaube ganz bei dem spiel wäre es relativ egal aber grundsätzlich spiel ich ja auch meistens eher auf englisch ja ww classic 8 burning crusade etwas nostalgie flash up und ah der der classic server da sind wir auch mal eine zeit lang drauf rum gehüpft das ist aber jetzt auch schon wieder ein jahr her glaube ich ganz aber ich muss sagen das war schon schwierig zu spielen wobei burning crusade ja deutlich besser ist denn also das richtig alte ww da hat man schon gemerkt was die mmos mittlerweile besser machen alles so wir haben hier jedenfalls ganz viele sachen das hier ist übrigens die rettungskapsel mit der ich abgestürzt bin die bin ich noch am reparieren hier können wir rausgehen sprache kannst du nur im hauptmenü ändern bevor du deinen spielstand lädst und es ist dunkel herausragend gut das davon ist mein abgestürztes raumschiff und ja das hier ist der planet das ist alles wasser ich glaube man sieht es gerade sehr sehr schlecht ich glaube ich sollte die helligkeit hoch machen für euch kann ich die kann keine helligkeit hoch machen herausragend gut ist eigentlich die kamera ist gut ne die ist jetzt nicht zurücklich oder so raumschiff sieht aus wenn die chili nacht falsch läuft geisterfuchs näher heller bekomme ich es nicht ist tut mir leid ich hoffe es geht einigermaßen ambient volume nö field of view ist es auch nicht resolution speed näh näh alles es wird dunkel bleiben so und da unten ist auch meine unterwasserbasis die ich das letzte mal angefangen habe zu bauen kann man schon sehr schön hier sehen wo wir jetzt noch mal der eingang ich finde den eingang nicht mehr naja da drüben war war da ist der eingang ja ich habe natürlich noch keinen strom drin ich habe noch keinen strom drin press f8 to report bugs in feedback nö grad nicht du ja da brauchen wir also strom und das hier ist die rettungskapsel oder ja ja dass die rettungskapsel na da hast du aber noch lange gemacht dann nachdem ich ins bett war ja ich glaube jetzt bis zum viertel nach eins oder halb zwei haben wir noch gemacht weil ich wollte unbedingt noch mindestens einen raum bauen und dann wurde aus dem einen raum doch noch ein zweiter raum und so weiter gut was steht jetzt als nächstes auf dem programm ich gucke mal gerade wie viel platz ich hier im backpack habe ich habe den sie kleid im backpack es ist halt alles dunkel das ist halt blöd na das ist meine basis das hier ist meine meine bank sozusagen da drüben ist mein ich habe mein mein u-boot habe ich extra so geparkt dass es das ist glaube ich nicht so witzig weil das ja licht sollte ich ausmachen wer braucht schon batterie genau ja habe ich mal das licht brennen lassen das kenne ich auch vom auto nicht so gut ich bin ja von gibbis selbst geistert erst die singe katze lässt es mal der rappel ja den rappel ich habe mir angeguckt großartig herausragend guter rap battle bei dir michtel super gut ich was wollte ich als nächstes machen ich sollte mir am ende von so einer session aufschreiben was ich das nächste mal machen wollte das wäre glaube ich ganz mal im plan ich brauche glaube ich da also ihr seht das nicht aber da ist eine wand da sollte ich mir vielleicht irgendwie so ein whiteboard oder sowas mal hin machen und dann hätte ich da platz für sachen aufschreiben geisterfuchs findet ein spiel sogar nett unglaublich oder ein text fall auf dem zweiten monitor aber das wäre high tech naja okay das kann ich aber auch schwierig gleichzeitig machen so ich glaube ich habe noch irgendwelche materialien gebraucht so jetzt müssen wir erstmal meinen saustall der sich lockerbank nennt bisschen aufräumen ich glaube ich habe der freund ist ein fisch salz nö du quats das kommt hier alles rein so gut und jetzt müssen wir herausfinden wofür ich was brauch jammerpie wieder am quatsch naja bau dir schränke in der basis da ist besser aufbewahren ja wahrscheinlich wahrscheinlich denke ich auch da werde ich auch nicht so verwirrt wahrscheinlich jetzt gucken wir erst mal was wir brauchen was wollte ich als nächstes bauen das hier sind die grundmaterialien als ein crafting spiel wo man sehr viel bauen kann essen equipment haben wir da irgendwas spannendes tools laser cutter ah ja cave solvorder das hatten wir noch nicht mehr ansatzweise eine flair brauchen wir nicht ich glaube ganz wir hatten irgendetwas anderes ich muss mal gucken dass die ganzen sachen die ich bauen kann also bauen und schließt auch kochen mit ein offensichtlich das ist das das gleiche eindeutig loading air pump ok die ist natürlich wahrscheinlich nicht schlecht chain of pipes that can be used to transport breathable air from a functional pump das klingt doch gut dass das probieren wir mal ob das funktioniert ja ich brauche meinen gebratenen fisch genau das ist wichtig dass man den baut also ich baue jeden tag immer so zur mittagszeit ist dann frühstück so also hier kann ich das ist aber mal ein fancy stuhl den ich bauen kann counter interior modules ich hätte ja aber lieber glaube ich ganz applicator da drin wäre natürlich auch nicht schlecht bio reactor compost organic matter into electrical energy da hätte ich die die verrotteten fische auch reinpacken können wahrscheinlich base attached air pump pumps oxygen from a powered habitat to an attached type network okay ah da kann ich da da kann ich also wahrscheinlich tagsüber zumindest energie machen converts available sunlight into low power electrical energy scanner room also das ist der einzige raum den ich anscheinend bauen kann ich bin gerade wieder dezent verwirrt und habe wieder vergessen meine material mitsen was was brauche ich jetzt noch mal ich vergesse das immer wieder ich brauche titanium und titanium das kann sogar ich mir merken da titanium da titanium habe ich ja drauf geschrieben so einmal bitte titanium wo ach da so dann ne das war falsch equipment pipe fünf stück machen wir mal und die floating air pump machen wir auch mal gut gucken wir mal ob wir da was machen können so da haben wir jetzt hier die die pipe kann ich da kann ich glaube ich nicht das funktioniert nicht so wie ich mir das wünsche kann ich ah ja ha 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 okay gut ich habe das das grundprinzip von diesen dingern hier noch nicht verstanden ne kann ich da überall nicht dran packen was nein nein pick up pipe ja wieso kann ich das nicht ich würde das gern da rein tun da soll die luft rein okay das funktioniert nicht so wie ich mir das gewünscht habe kann ich das irgendwie da dran machen wir haben hier ein kleines technisches problem ich kümmere mich drum gloating device that pumps air into pipes acts a starting point for a pipe a pipe chain oder das können wir wahrscheinlich noch nicht bauen ne aber das könnten wir vielleicht ah wir probieren was neues öfter mal was neues ähm wir machen jetzt das hier kann ich ähm genau mal gucken so achso 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 jetzt kommt hier der der meisterbauer so 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 bitte und jetzt da das ähm das ähm nein halb chain ist vermutlich die luftleitung ja ja wahrscheinlich wir müssen jetzt hier nur noch irgendwie das verbunden bekommen äh äh nein so nicht so nicht so nicht ähm ähm das ist schon nicht so nein ich will doch die beiden sachen verbinden ich will doch die beiden sachen verbinden ähm da bin ich wieder sollte ich zumindest sein hoffe ich mal äh und äh 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 da wuchs mal aus keine frames hatte ich frage mich echt ob du nicht aufgepasst hast und doch frames hattest und doch frames hattest oder ob es wirklich sehr punktuell war das war es war nämlich sehr sehr merkwürdig weil ähm ähm eigentlich hätte das grad nicht sein dürfen ich hab auf jeden fall jetzt mal den rechner neu gestartet ich hab auch bei server weil vielleicht war es auch einfach der twitch server mit dem äh ich mich grad nicht wirklich gut verbinden konnte vielleicht war es auch das ich hab mal auf recommended gestellt ich war vorher mit frankfurt verbunden vielleicht bocht die aus frankfurt keine leitung aus münchen wer weiß man weiß es ja nie so minus 2 basehouse strength total now 8.0 okay gut ähm d d was mr sweepy guten abend selbst ein super teuer vielen dank für die subscription drei monate schon meine güte unglaublich vielen vielen dank für den support so ähm und du hast gerade meinen frame drop also kein mic drop sondern einen frame drop verpasst aber das sollte jetzt hoffentlich repariert sein und jetzt geht es weiter mit meiner planlosigkeit wenn ich versuche eine äh okay ich sag es jetzt auch wenn ich weiß dass geisterfuchs sich schon freut ich will eine ein luftrohr verlegen ich weiß nicht wie ich es anders sagen soll ähm ich komme so auf twitch sehe keinen jammer b und denke erstmal ja frame drop so genau ganz genau aber es sollte jetzt hoffentlich klappen so und jetzt verlegen wir ja geisterfuchs wir verlegen das rohr luftrohr ja ähm ähm oder muss ich das einfach nur in die luft ich mache das jetzt einfach mal in die luft nehmen wir das mal mit das sieht nicht schön aus aber vielleicht funktioniert es ja ja das war zwar der evo cool aber irgendwer musste den witz ja würdigen es war ja kein kein witz es war eigentlich eher eine vorlage für geisterfuchs ist dieses luftrohr neu das kenne ich ja noch gar nicht ähm ich habe keine ahnung ähm ähm okay das hat jetzt nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle äh äh ne ich habe mir das anders vorgestellt ich glaube du brauchst strom im einste vielleicht aber ok strom überlegen wir mal strom ähm wenn geisterfuchs nicht liefert muss jemand einspringen das stimmt das ist ja nett äh michel gut ähm ok dann packen wir das halt nochmal weg das ist jetzt so ein bisschen enttäuschend hier aber wir haben jetzt hier schon mal eine luftpumpe oh und ich habe kein wasser mehr ich muss fische jagen einen klitzekleinen moment hmm jetzt in kleinen moment ich muss brauche fische und ich brauche diese diese blubbe äh diese blasenfische ne hier nicht euch brauch ich nicht ich auch nicht schwimmt im riesigen urzeln redet davon dass kein wasser hat alles trinkwasser und wieso ist mein ich habe doch das licht von meinem u-boot ausgemacht was soll das da ist einer da ist einer bleibt bleibt da fischi so du auch komm mit sehr gut gut und jetzt nehmen wir noch ein fisch zum futtern mit ich habe mir halt gedacht subnautica bei den derzeitigen temperaturen also zumindest hier nun wieder ist was nein mist das war ein explodierender fisch das war nicht so da ist ein fisch drin der ist hat sich da versteckt hilft ihm nichts gegen mich so dann halten wir uns doch mal mist plus eins ich könnte mist counter machen das geht es geht aber ich brauche jetzt erstmal muss essen machen gut wasser das gute hergestellte wasser trinkwasser ist das wie trinkwasser meinte ich natürlich wichtig so trinken essen trinken und das war nicht genug sehr gut das gebaute trinkwasser genau genau aber die gebauten fische finde ich noch viel besser weil ich jetzt echt gerade lust auf sushi bekommt bleibt da fischi bleibt da okay dann nehme ich dich halt nein so sushi hätte ich halt schon bock drauf gut weiter wasser bauen wir bauen wasser so einfach hätte ich das auch gerne mit fisch machen das ist irgendwie in der küche hier etwas aufwendiger gut gehen wir mal runter nehmen wir das mal mit und gucken wir mal vielleicht ne frisch schnee brauchen wir nicht ich bin auf der falschen seite ich hätte es andersrum bauen sollen den eingang aber ist halt jetzt so das ist da da ist der eingang gut was können wir jetzt drinnen bauen war locker wo musst du mal hier das war falsch wieso kann ich das dann nicht so kann ich das nur da unten hin bauen das ist komisch okay da ist man einmal kurz auf dem klo kommen beide katze an wir wollten mit dir über streicheln reden ok also ich verstehe diese platzierung von den dinger nicht aber gut jetzt haben wir das hier aber das ist wer baut sowas also ich aber ok wie viel platz haben wir denn da drin ein bisschen so dann können wir nämlich die sachen hier rein tun und dann machen auch hier oh 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 nein nein hoch wasser luft meine ich das war knapp arzifazi jack was machst du denn da für die mut verstrom kannst du oben auf dem dach übrigens auch einfach so ein solarpanel hauen also falls ich das sagen ja das hatte ich auch schon überlegt ob ich das machen sollte ich hatte aber auch schon überlegt ich habe ja hier noch so moment wo hier bio reaktor kann ich wahrscheinlich auch irgendwo hin bauen aber das geht wahrscheinlich nur drin aber solarpanel ja ist ist möglichkeit was brauche ich dafür noch kupfer titanium und quads das habe ich doch alles ok was haben wir hier reingetan noch mal ach äh pipes ich nenne das mal pipes und hier kommen titanium hin so nehmen wir das mal mit das ist aber ein dach frei für fancy glas dome deck ja ja da kommt ja noch mehr das bauen wir ja noch alles aus alles ausgebaut hier das wird die riesen basis ich werde hier nie wieder runter wollen so stoff soll ich dir mal rein tun ich glaube ich hole dir mal rein also von Anfang reicht solar erstmal denn für den bioreaktor brauchst du dann logischerweise etwas verwertbares ja zum beispiel wie die verrotteten fische vom letzten mal ich habe einfach verrotten lassen das hier ist halt echt unordentlich was ich hier gemacht habe kupfer oh sauerstoff warum hast du mit ungenutzte foundation eben wieso was solchen damit machen ich habe gedacht die die brauche ich um das dann da drüber zu bauen was sollte ich denn sonst damit machen ich habe gedacht das brauche ich um überhaupt damit anzufangen also ich habe keine ahnung was ich hier mache wie ihr seht normalerweise stellst du dir die hauptsektion drauf und du baust eine hängestruktur drüber ich habe aber keine hauptsektion gehabt was für eine hauptsektion denn und ich wollte das da drauf bauen und das hat nicht geklappt muss ich muss ich zu meiner ehrenrettung sagen solarpanel genau das hier ja haben wir jetzt alles okay ehrlich ich habe auch am anfang ständig was falsch gebaut etc man muss ja auch erstmal kapieren was man macht und wie es geht ja genau ja so ist es halt ressourcenverschwindung irgendwie ja ist es ist jetzt aber auch nicht verwunderlich ähm baue ich das jetzt tatsächlich da einfach oben drauf aber das kommt doch gar nicht ans wasser also ans licht oder oder muss ich da was nach oben bauen äh ich bin verwirrt ich habe halt nur diesen scanner raum gehabt und den konnte ich nicht auf die fonte ich machen kannst du um dich herum was sehen ja dann hast du ja okay 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 touché touché dann ähm machen wir das doch mal hier drauf einfach dreht sich das mit mal gucken ob das geht aber das radar setzen würde ich nicht machen aber macht ja wieso würdest du das nicht machen es funktioniert ich hätte gedacht das dreht sich mit ich bin ja als kaka ausschaut das stimmt das stimmt kann ich das die konstrukten ja das können wir immer noch machen das können wir immer noch machen so ja oh hallo hallo karte oh aha wir haben eine karte was 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 habe ich jetzt gemacht nein das wollte ich doch gar nicht machen Scanner Room Upgrades okay Scanner Room Speed Upgrade okay du brauchst hier ähnlich hübsch wie ich bei Norman Sky okay also ich finde das ähm ist ähm modern aber anscheinend habe ich jetzt hier Sauerstoff okay für schöner drehen was sagst du denn wofür ein Radar baust für das schöner drehen ja das stimmt ja um Fische zu blitzen die zu schnell schwimmen genau man muss da ja aufpassen ich glaube ganz aber das ach jetzt kann ich da nach Sulpho suchen lassen und dann zeigt mir meine Basis wo ich das finde das ist ja klar clever Geisterfokus ist viel zu kritisch ne ich finde das okay das ist ja okay weil ich habe halt echt keine Ahnung von diesem Spiel ah und das rote wird wahrscheinlich angezeigt dass da Sulpho ist mhm der Jabbapeep braucht das und steigt ihm in den Kopf das tut so oder so aber wieso sind die die hier so schräg das macht mich wahnsinnig was hat man denn für eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Wasser ähm wie meinst du was für eine Geschwindigkeitsbegrenzung also ich habe ähm ich habe mir mittlerweile halt hier Flossen gebaut damit bin ich schneller ansonsten ähm kann ich glaube ich ganz ein bisschen schneller schwimmen also wenn ich aufs Schiff drücke geht es glaube ich ein bisschen schneller und dann habe ich natürlich hier nochmal ein super U-Boot da drüben und ich habe diesen Gleiter mit dem ich auch noch äh schneller schwimmen kann und da habe ich direkt auch noch eine Map eingebaut das ist auch ganz schick so ich glaube ganz jetzt brauchen wir einen neuen Plan ab wann wird man vom Radar geblitzt na ich würde sagen ähm mhm ab 100 kmh also Autobahn gibt es hier keine kein 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 freies fahren gut was können wir jetzt ach ich wollte ja nennen wir das doch einfach Material das ist besser Material ist schön generisch und da kann ich jetzt alles hier rein tun und habe wieder Platz ist es innerorts naja nicht ganz also hier ist es innerorts und draußen ist es außerorts also innerbasis und außerbasis angabe in Knoten bitte wir sind im Wasser ich habe doch keine Ahnung von Knoten ich ähm ich habe mal als ich AD&D geleitet habe ja AD&D also die zweite Edition von D&D mittlerweile sind wir glaube ich bei der fünften oder ähm ich habe mal AD&D geleitet und wir hatten da eine äh äh Reise auf einem Schiff und ich habe keine Ahnung als Spielleiter von Schiffen gehabt ich war glaube ich äh äh Junge 14 oder 13 oder so und habe echt keinen Klassendunst von Schiffen gehabt aber meine Spieler die mich dann darüber belehrt haben was ich alles falsch mache bei der Darstellung des Schiffs ja stell dich zum Reden dahin wo es besonders laut ist äh achso ja das ist das das ist die Luft ne ja das ist die Luft okay gut wir brauchen einen neuen Plan ähm ich glaube wir brauchen neue Räume das bedeutet wir sollten mal anfangen ähm nach weiteren Räumen zu suchen nach blaupausen dazu schwimmen wir mal mit dem U-Boot umher als Spieler hast dich gefälligst zu informieren äh sagen wir es mal so das war noch vor Internet Zeiten also eigentlich nicht aber ich hatte damals noch keinen Zugang zum Internet wie sehr viele Menschen das war irgendwie in den äh in Anfang 90ern wo bin ich denn hier überhaupt ähm ich glaube ich habe mich gerade ein bisschen Moment wo ist wo ist das Schiff oh da fliegt ein Fisch da ist ein Fisch geflogen okay ähm ja da ist das Schiff ich will da drum herum weil nämlich da hinten dran gab es glaube ich noch viele Gebiete in denen ich noch nicht so sehr war ihr seht schon Holger zu joa also der Fahrer steht da am Lenkrad und ruft seinen Leuten die sollen rechts mal schauen ne das waren so Sachen also Steuerbord und Backbord habe ich halt das kriege ich bis heute nicht hin ähm und die sind dann irgendwie mit äh irgendwelchen nautischen Begriffen gekommen die ich halt nicht kannte also irgendwie das das Bildschwasser und diese Sachen halt ja damit ist es recht schon mal abgedeckt was recht schon mal abgedeckt das verstehe ich nicht also exakt was ich gesagt habe rechts hat es auch ein Schiff halt Steuerbord genau und Backbord ah ah der explodierende Fisch Steuerbord und Backs äh Backs Backs Bord ja Backbord verwechsel ich auch immer das beruhigt mich Mr. Sweepy das beruhigt mich sehr Backbord hört sich für mich eher an äh rechts darin ist es links okay die explodieren klingen immer so lustig ich ich werde eher ach das war kein Stein die die ich mag die nicht Steuerbord ah ok Steuerbord oder wenn man fiest sagt man Starbord und Labort und kriegt auf dem Fanfest die Rübe runter ja ok aber das habe ich hinbekommen bei also es gibt zur Erklärung es gibt in Final Fantasy 14 einen Boss bei dem man Starbord und Labort auseinander halten muss weil der nämlich in diese Richtung dann also der kündigt das an und macht dann ein AE jeweils in die Richtung und wenn du es falsch hast dann bekommst du halt den AE ins Gesicht das ist bei Omega bei der Omega Weapon sehr witzig ich mag den Kampf eigentlich aber Starbord und Labort wenn ich wieder in diesen Kampf komme ich werde die ersten Male den AE total fressen bis ich wieder drauf habe aber das ist tatsächlich gut um das zu lernen aber Steuerbord Steuerbord ist rechts Steuerbord ist rechts Steuerbord ist rechts ja wegen dem R KojiFox hat geschworen er macht das nie wieder also macht er es wieder jo ich merke es mir immer das ist eine sehr gute Eselbrücke vielen Dank jo das ist super das muss ich mir versuchen zu merken das ist eine sehr ich brauche so Eselsbrücken brauche ich tatsächlich das ist sehr sehr wichtig für mich gut und wir also wir suchen jetzt nach Materialien um weiter die Basis auszubauen damit wir sehr viel mehr Sachen bauen können um noch tiefer in das Wasser und der Fisch da vorne ist böse tauchen können weil unten sind ganz andere Sachen die man nämlich dann bauen kann also äh Materialien zum bauen und ich glaube das ist gut bin mir nicht sicher können wir das Backbord Steuerbord auch nur so wie Juno vermerken bei Joy ist ein R drin wie rechts bei Backbord nicht okay das muss ich merken echt ja außerdem gibt es bei Knacks die Matrosen Steuerbärte und Backbärte okay ich bin mit Flitze Feuerzeilen aufgewachsen also kann ich Steuerbord und Backbord vor rechts und links okay ich bin mit Flitze Feuerzeilen auch aufgewachsen die die Hörspiele hatte ich auch aber ich kann es trotzdem nicht ich bin da trotzdem unfähig ach ich wollte doch mir einen einen Laser Cutter holen um mich da rein zu schweißen was ist was haben wir da Abandoned PDA was ist das okay das ist irgendein Hintergrund Detail anscheinend das können wir aber jetzt hier nicht lesen weil wir haben keine Zeit wegen komischen ähm Sauerstoff Scannen okay das haben wir schon Damaged Wiring haben wir ein Repair Tool wir haben glaube ich kein Repair Tool das ist ne Repair Tool brauchen wir noch okay gut und es ist wieder dunkel es ist großartig ich mag es wenn es dunkel wird also ne weißt du Captain Buddelmann nie zugehört nein ich habe es einfach wieder vergessen jetzt habe ich ein Flasch Flashback Flaschback der Nachnamen des Typen von dem PDA-File war Torgal oh ja war Torgal Torgal war aus unserer Rift Gilde ne der Zwerg ja ja da werde ich auch gerade ein bisschen wehmütig ich ich finde es ja immer noch schade dass ich mich mit Torgal zerstritten habe das war ja MMO-Dynamik halt leider leider so was haben wir hier ich seh nix was haben wir hier nix es ist dunkel und ich bin allein mitten im Ozean das ist beängstigend haben wir hier irgendwas ne ne ich bin immer noch infiziert ein Hubfisch äh jetzt habe ich ihn eingesammelt das wollte ich eigentlich nicht Warning Emergency Power ohne Habitat achso weil dunkel ja klingt logisch laut lauter Fischschwärme okay aber ich traue der Sache hier nicht so ganz muss ich zugeben es ist mir hier etwas zufriedlich grad was ist denn da vorne du bist halt ein streitsuchender Typ ja äh nicht so ganz das war halt wenn Rollenspieler Meinungsverschiedenheiten haben das äh da passieren unschöne Dinge oftmals das kennt ihr wahrscheinlich auch ja ich meine wir hatten halt eine Rollenspiel Gilde und äh äh sagen wir es mal so wir sind an einer Kleinigkeit äh äh ja ich ich denke zumindest es war eine Kleinigkeit leider äh ja die wir leider etwas grundsätzlich anders aufgefasst haben ich kenn das ja ja ich denk mir dass das das äh ihr das kennt ja wenn du nicht mehr infiziert bist ist das Spiel auch fast vorbei also versteift dich nicht darauf möglichst schnell zu heilen ah ok ok dann bin ich beruhigt das ist gut zu wissen und das oh ich will doch ich ich will Räume Räume sammeln ach mein Inventory ist voll ok dann dann gehen wir glaube ich zurück und äh wir brauchen sowieso wieder Wasser es war eine Kleinigkeit weil ich am nächsten Tag online äh und dachte echt jetzt Kindergarten ja wem sagst du das ich muss auch zugeben ich habe auch gedacht das wäre dann mehr oder weniger gegessen aber ich hatte das Gefühl dass Torgal das doch sehr viel ernster genommen hat als ich es gedacht hätte leider vor allem weil ich hab ich hab da glaube ich noch gar nicht drauf bestanden ich habe ihm halt nur gesagt dass ich das nicht gut fand was er gemacht hatte aber ich hätte jetzt auch nichts großes draus gemacht an sich 1 ist halt so also ein ja ich hätte noch einfach machen lassen können aber ich finde als gegen Leiter sollte ich durchaus hier und da zumindest mal sagen hier bin ich nicht okay und ich finde da sollten wir uns anders verhalten aber ja ist halt so ist halt doof gelaufen damals und äh ja aber die sind vermutlich auch immer wieder ich glaub der ist schon lange passé leider ja leider der äh ja ach jetzt voll also zur Erklärung für die anderen der war halt krank und wir gehen davon aus dass er seine Krankheit leider nicht überlebt hat weil die äh Lebenserwartung damit nicht unbedingt besonders hoch war leider deswegen werde ich da immer noch so ein bisschen wehmütig weil das ist nichts wie man auseinander gehen sollte aber ja kann ich das hier never eat the antenna aber gut bevor ich jetzt hier total wehmütig deswegen werde ähm andere Themen andere Themen meine Unfähigkeit ähm kann ich das hier eher vital signs stabilizing okay jetzt brauchen wir nur noch hier das hier müssen wir nochmal also es ist echt schade ja es ist einfach schade vor allen Dingen ich hab Torgal total gemocht und ich fand auch dass wir recht gut miteinander gespielt und harmoniert haben es war halt es war halt einfach so eine typische ja Rollenspieler Diskussion Sache hier ist halt in Rollenspielkreisen immer ich weiß nur wie wir auch uns in Lab kreisen also jetzt Torgal und ich haben nicht gelabt aber ich habe ja früher auch gelabt mit äh haben wir viel auf der Lab Mailing Liste diskutiert und solche Sachen oder im Cthulhu Forum damals äh ist man jetzt auch nicht so besonders simpelig miteinander umgegangen genau lass uns was lustiges finden Orsche vor Geisterfuchs erstens es gibt hier Leute die noch nicht so weit sind bei äh Final Fantasy 14 und das ist ein massiver Spoiler und äh zweitens wieso habe ich hier ein Radio this is Aurora distress signal received oh ok rescue operation will be dispatched to your location in 9 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 10 10 10 10 10 10 11 22 9 9 11 12 12 13 15 15 15 das gefällt mir nicht so ich brauche aber erstmal wasser einmal wasser bitte das mit dem was war das was da explodiert der ist irgendwo irgendwas explodiert hammertyp was du tun fisch wieso tun fisch die fische leben nah am abgrund und du hast halt im abgrund gebaut super ju ich habe nicht bewusst am abgrund gebaut ich baue bei solchen spielen regelmäßig die sachen an den denkbar dümmsten stellen das habe ich bei the forest auch gemacht bei the forest habe ich auch super bescheuert meine erste basis gebaut wieso finde ich was ein geweck fisch ich will dich nicht ach das sind die fische die da wahrscheinlich explodieren okay die dürfen explodieren das ist okay nehmen wir hier das zeug mal mit ich mag diese fische nicht so das ist nein wieso ist mein inventar schon wieder voll ach weil ich das titan ihm nicht weg gemacht habe sehr gut der klassiker ich und das inventar kein liebesgeschichte geht es bei den zweiten teilen heißt aber es wird tatsächlich den zweiten teil geben bevor das habe ich mir jetzt auch geholt gab es ein sehr gutes spiel dass ich halt nicht kann so was haben wir hier tools laser cutter ja den laser cutter hätte ich gern und ich hätte gern den den sulfur repair tool ja dafür brauche ich den repair tool okay grad in die basis rein also nicht wundern ich bin wirklich schlecht in diesen spielen und sehr orientierungslos ich bin froh dass ich überhaupt schon die basis gebaut habe oha ist das nur unter wasser mod für dargs und zwei nicht ganz nicht ganz aber fast subnautica natürlich aber das hast du natürlich schon gesehen chris und guten abend chris welches spiel kannst du denn schach ich kann schach wer sollte mal mit zwei drei leuten sondern survival dings zusammen spielen wahlheim oder so der wahlheim bin ich auch die ganze zeit kurz davor mir das zu holen wahlheim ist leider hässlich und doof na das stimme ich dir nicht zu geisterfuchs wie so häufig ach so das hat er es jetzt die ganze zeit hier gescannt ok so funktioniert das also ok so kupfer brauche ich aber glaube ich ach das wird gelöscht wieso wieso wird uns das gelöscht ich habe jetzt mal die ganze map gelöscht als besonders hübsch ja es ist jetzt nicht besonders hübsch aber ich glaube ganz das ist tatsächlich nicht der reiz des spiels denke ich aber dass sie ist nicht dax 2 unter wasser dafür gibt es keine räder also erst wenn es hier räder gibt und hunde ist das ist ein dark souls spiel vorher nicht was hat ja eben bewusst den ps1 grafikcharme der 90er eingefangen ihr ketzer was hat das verstehe ich nicht diese der ps1 findest du das ich finde das sieht jetzt nicht unbedingt wie ps1 aus ach so gut wahlheim meinst du ja jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich also ich finde wahlheim sieht okay aus also ja wegen waren krieger was du scham nennen nicht augenkrebs ja weil du bist auch geisterfuchs geisterfuchs findet alles doof oder fast alles ach ich wollte das doch in die ah jetzt war ich abgelenkt ich wollte das in die schränke reintun so ich habe kein wasser mehr stoff material so und dann machen wir gleich schnell wasser ansonsten haben wir ein kleines problem okay ich lese gleich nach ich muss nur dieses wasser problem beheben wenn ich die fische finden könnte so da ist einer da ist noch einer bleib da fischi ja lach mich aus fisch wieso lacht der fisch mich aus wenn der fisch mich auslacht dann nenne ich ihn geisterfuchs fisch so und wenn wir gleich das wasser wieder haben dann gucke ich auch mal wieder in den chat damit fabricate wasser machen so zum haus hübschig okay okay geisterfuchs findet immerhin subnautica schön gibt ja auch eine ganze reihe horrorspiel auf steam die genau den gleichen stil haben und mega folgen das stimmt das stimmt ich finde auch grafik ist jetzt auch tatsächlich nicht alles also ich glaube da sind wir sowieso chris wahrscheinlich auf einer wellenlänge weil mir geht es da ganz genauso jetzt auch gute charaktere sehen hat nicht so gut aus aber die umgebung ist gut und ich finde die charaktere sehen okay aus wo ich sollte auch erst was trinken bevor ich hier in aller ruhe sind ja auch alle augenkrebs und noch dazu horror und doch als ein der höchstens forum im gesicht geisterfuchs geisterfuchs ich behebe auch mal ein wasserproblem und macht mir einen gösser auf was ist ein gösser ist das ein bier aber leute das wurde ja bewusst gemacht ist also ob man eben ein 16 bit game heutzutage macht die schauble hat oder ach das wusste ich gar nicht dass dieses tatsächlich extra gemacht haben spannend ich hörte das gösser ein sehr gutes radler sei okay radler ist immerhin besser weil ich mag ja kein bier ich mag kein bier sind auch beide doof shovel night und cave story nicht beide sehen ziemlich gut aus es war wirklich absicht nun mein geschmack trifft es da nicht also ich bin es okay ich bin es jetzt aber auch nicht so toll dann hört ich auch guten abend gringo 4 2 2 1 mehr wasserfam ja ich glaube auch aber wird das wasser nicht schlecht als die fische werden schlecht immerhin du machst kein bier hex komm mal in gardio es tut mir leid ich bin kein biertrinker das einzige bier das ich dass ich einigermaßen akzeptabel findet das wird von vielen leuten nicht als bier akzeptiert und zwar guinness da stimme ich ausnahmsweise geisterfuchs zu aber es ist vollkommen okay wenn jemand bier trinkt ich bin halt eher der wein mensch trinkst du wenigstens riesling ich bin mainzer bub ich trinke weißwein durchaus aber mittlerweile trinke ich auch sehr viel rotwein also ich mag zum beispiel melo da bin ich ein bisschen vom vom mainzer weißwein weggekommen aber riesling ist okay wein ist ekeliges saures gesöffn nein ist es nicht also wein finde ich schon sehr sehr lecker wie erst beim ja genau mr cp ganz genau welche ich muss zugeben ich habe keine ahnung von wein ich trinke einfach den der mir schmeckt das wird mich wahrscheinlich jetzt wieder bei dir in ungnade fallen lassen befürchte ich ich habe echt keine ahnung von wein was ich zum beispiel auch gern getrunken habe das ist meine mutter geht sehr gerne in strauß wirtschaften in nierstein da gibt es eine in die sie sehr gerne geht und die haben da ein silvaner den finde ich auch sehr sehr lecker der ist auch sehr gut den trinke ich sehr gerne geht es geht gar kein alkohol um ja mal komplett die meinung zu kommen ist okay ich kenne durchaus viele leute die kein alkohol trinken ist ja vollkommen geht es soll ja auch schmecken und wenn es nicht schmeckt bringt nichts aber mag alkoholpreise bier untergleich also bier ich mochte als kind also was heißt ja als kind als jugendlicher mochte ich auch kein malzbier wenn ich das mal bekommen habe war auch nicht meins der blasenfisch mit den wasserflaschen umgewandelt die haben ein mindesthaltsbäckheitsdatum mal drauf gucken okay okay ich gucke mir das mal an aber ja die werden natürlich in glasflaschen umgewandelt aber ich gucke mir das mal gleich an gringo ich gucke mir das gleich an einen kleinen moment aber dazu muss ich erst mal das finden und alkoholfreien bier muss ich gucke okay haben wir da gerade den reaper gehört wieso was wieso den reaper meinst du es in overwatch reaper oder was für ein reaper aber eigentlich gringo hast du sehr recht wenn man den wenn man das wasser aufbewahren kann ist es sehr gut da auf vorrat einfach ein bisschen was zu und jetzt hat es geht mich mit lord sakuza erschreckt dankeschön es geht oder war dieser lord sakuza ausdruck deiner fassungslosigkeit dass du genau wie urin dich beschwerst darüber wie wenig ahnung ich von wein und bier habe die 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 ja das wäre der overwatch reaper gut da ist noch ein da ist noch ein blasenfisch komm her komm her was viel dank für den cheer chris das hat mich etwas überrascht ich dachte was was passiert jetzt gerade was passiert jetzt gerade bis es mir gedämmert ist und ich in den chat geguckt habe aber gut aber wieso denn hier bin ich so schlecht dass du mich anfeuern musst vielen vielen dank so also jetzt machen wir wasser und zwar nicht auf die unappetitliche art ich möchte unbedingt dabei sein wenn der holger den reaper findet oder umgekehrt was für einen reaper gibt es hier einen reaper das ist irgendein monster anschein ich glaube das ist der punkt an dem er das spiel beenden wird ist das eine spinne es ist nur unterwasserspinne ein ganz netter fisch das klingt seltsam finde ich auch skato w ich finde auch dass das sehr sehr seltsam klingt so jetzt gucke ich mir mal an wie kringo gesagt hat da ist kein kein mindesthaltbarkeitsdatum ich ich möchte mich beschweren da ist kein mindesthaltbarkeitsdatum drauf aber wir gucken mal ob wir das lagern können sowas dürft ihr ja nicht sagen ich vergesse das doch sowieso ich bin doch so alt mittlerweile dass ich die sachen einfach wieder vergesse bis zum nächsten mal ja hallo captain an bord bauen wir noch mal so einen schrank zum wandschrank der war gut ich hoffe mal auf der richtigen höhe ach so ja material gebaut so und jetzt machen wir da mal einen wasserschrank draus mal gucken ob das klappt water wir bleiben ja mal englisch wobei da habe ich stoff water also wir sind multilingual hier aufgestellt in diesem spiel wenn die aliens uns finden dann wissen die nicht welche sprache ich spreche wasser und essen ja aber das essen das müsste ich ja damit salz haltbar machen wenn ich das richtig sehen so ungegrenzt haltbar ja ja okay okay touche touche das stimmt das stimmt wir müssen auch mal wieder oberts spielen das war lust das stimmt das müssen wir tatsächlich mimi so alt bist du nicht du bist also älterst gdw aber sagen so ich fühle mich manchmal tatsächlich ein bisschen aber ich nein ich fühle mich eigentlich auch gar nicht alt also eigentlich bin 22 ich werde halt seit mehreren jahren 22 jedes jahr immer wieder so fühle ich mich immer dabei vielleicht der sonntag wieder ein paar und er kann schauen was man dessen vorräte anlegen für lange tauchgänger ja aber die vorräte sind ja dann hier knapp sehr knapp also was ach es ist nacht toll tag nacht zyklus ist doof habe ich das schon mal erwähnt jahrgang 78 vorräte sind wir ja sehr jahrgang tatsächlich tatsächlich vorräte kann man nachher auch mitnehmen okay gut aber ich brauche es ist jetzt wieder nacht ist es blöd aber gut dann da machen wir vielleicht mal ich glaube schlafen kann man ich glaube man kann nicht schlafen in diesem spiel oder oder kann man wenn man ein bett baut schlafen kann ich betten bauen kann ich ein bett bauen nee also hier zumindest nicht nuclear waste disposal das macht mir angst 78 beschwerst du dich jetzt michel es gibt betten ja ok betten bauen lernt man doch beim bund ich war ja nicht beim bund ich bin ja ausgemustert ich musste noch nicht mal einen zivildienst machen aber ich hätte auch eher zivildienst gemacht als zum bund zu gehen ich glaube ganz beim bund ich glaube ich nicht lange überlebt was was habe ich da da sind es aber viele blasen fischen die nehmen wir mal alle mit wo war der andere blasen fisch bist du salz nedel ist quatsch da ist ein blasen fisch ich weiß gar nicht mehr wo gab es das salz ich weiß 1378 schon jung für dich man lernt ihr betten machen nicht bauen das waren zeiten ich wurde noch gezogen damals okay ja ich wäre auch der theoretisch gezogen worden habe dann aber einspruch eingelegt weil ich halt ein kaputtes knie habe und lebensmittel allergien und moment ich glaube ich sollte erst mal wieder zurück und lebensmittel allergien und ich habe mir gedacht kaputtes knie und lebensmittel allergien das ist nicht unbedingt die guten abend alex begrüßt mich alle mit dem laut sakusa sowas glaube ich muss wieder sekiro mal spielen für euch oder kommt ein explodier fisch und da ist der böse andere fisch auf jeden fall habe ich den einspruch eingelegt weil ich mir gedacht habe mit kaputten knie und lebensmittel allergien ist das ein bisschen blöd beim bund und dann haben die vom bund gesagt nö du du bist auf drei gemustert habe ich gemeint habe einspruch eingelegt haben die gesagt doch dann habe ich meint aber ich würde gern dass der einspruch von jemand anderem bewertet wird und nicht von den leuten bei denen ich einspruch eingelegt habe und da mussten ja nach hessen geben rüber und den ersten haben sie gesagt hey den könnt ihr doch nicht ziehen und dann war ich draußen aus der sache bei euch ist es nicht so cool wie bei uns oder dass wenn man ausgemustert wird man schön jährlich geld abrücken da okay nee das ist bei uns tatsächlich nicht so morgen wie so morgen wie kommst du morgen holger der kriegsoffizier auch eine interessante folge das wäre fürchte nicht geworden ich glaube ich wäre auf so vielen also ich wäre bei so vielen leuten auf dem kicker gewesen ob nicht dass das geklappt hätte und an die begrüßen sich aber ich wusste gar nicht dass das gdw an die heißt anscheinend oder hat nie wenn ich jetzt alex besonders ernst nehmen besser als kaputtes lebensmittel und knie allergie ja ich glaube eine knie allergie wäre auch nicht schön axel axel ich glaube axel ist auch ein schöner namen wie kommst du immer auf garrus more than the very model was wieso garrus ich habe doch gar nicht garrus gesagt weiß ja auch dass du holgie heißt wer hat dir gesagt dass das ist einige leute gibt die mich holgie nennen also ja tatsächlich aus meiner rollenspielzeit gibt es einige die mich reuge genannt haben tatsächlich so also ich wollte ja okay ich esse jetzt erstmal weil ich habe das salz vergessen fällt mir auf wieso habe ich ein salz vergessen wo habe ich salz eben nicht dann was ne aber bei mir sagst du immer ach so ach so ich sag das halt weil ich finde man sollte in deinem stream noch mal daran erinnern dass es garrus gibt ich finde das sehr sehr wichtig also du musst dir das auch immer so vorstellen ich hole mir irgendwann auch noch mal puscheln also so so pompoms und dann musst du dir das vorstellen dass ich da stehe und dann mit dem pompoms wedel wobei ich glaube das will man sich nicht vorstellen oder gibt ja viele leute die axel heißen man spricht von der arbeit der axel lot mich und axel oration oh gott oh gott jetzt fängt es an gut was haben wir hier ich habe nichts mehr drin aber auch nichts mehr drin aber noch fisch drin okay dem brauchen wir gerade nicht ich will aber wo habe ich nur salz drin habe ich das salz beim fisch silber können wir hier weg machen ist jetzt nichts mehr drin dass das ist hier drin okay nehmen wir das gerade noch mal mit kann man auch weg machen was haben wir hier glas und salz milch und brot so 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 kleinen moment ich bin gerade falsch ausgestiegen ich bin gleich wieder bei euch im chat ich will nur hier gerade meinen fisch retten bevor der verdippt das wäre sehr sehr tragisch so jetzt bitte den wieso kann ich meinen fisch nicht ach ich muss erst das salz nee ich hab das ich hab doch salz dachte ich war da nicht salz nee das ist silber salz die postet da haben wir doch salz ich hätte den direkt mit dem salz machen müssen ich kann das jetzt nicht nachträglich machen ach ja verzockt typisch typisch wir können gemeinsam genau das machen wir gemeinsam oh ja 1000 follower goal holger macht mit wurschen karamell danzen oh gott karamell danzen jetzt habe ich wieder ein ohrwurm also wenn du mit pompom wedelt bin ich am straat ich also nicht pommes fritz nicht zu vergessen die axel mehr axel ja die vollkommen zurecht verloren mich für pommes für rotweiß oh gott aber axelwitzel spielt doch gerade okay weil der fisch schon guten abend attenzig ich hoffe das habe ich richtig ausgesprochen guten abend oder oder sag es mir ansonsten wie es aussprechen weil der fisch schon gekocht ist das ist eigentlich sehr naheliegend ich bin trotzdem nicht drauf gekommen und jetzt habe ich den fisch verzockt jetzt wird er einfach schlecht super ähm was mache ich denn jetzt den guten fisch einfach so ich bin halt bisschen verplant gut dann machen wir hier mal den rest wasser rein ich kann ja mal gucken ich glaube nicht dass sich der fisch hier hält salz können wir auch mal hier rein tun das ist ja bei beim 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 nahrungsmittel zeug ähm material ist voll ist voll okay ist fast voll okay wir brauchen noch einen einen schrank so material das sind das das sind namen da wird man neidisch glaube ich oder gut und dann machen wir hier noch einen schrank hin mit equipment wenn ich titanium hätte ist natürlich immer so die voraussetzung gut equipment gut dann kommst du da rein und du kommst da rein und du kommst da rein und die sachen und dann können wir nämlich das titanium wieder hier rein tun so langsam kriege ich hier ordnung rein in meinen saustall den ich da draußen gebaut habe wo wo sind jetzt meine locker was mache ich mit denen jetzt eigentlich was ist hier drin kupfer oh da haben wir ja ganz viel kupfer ok finde ich gut haben wir hier noch irgendwo was glas salz das haben wir doch schon alles weg oder ja das haben wir alles weg nabend norby nobson guten abend nicht wundern ich bin sehr chaotisch und sehr verwirrt und ich habe keine ahnung von diesem spiel aber ich bin sehr froh dass ich tatkräftige unterstützung im chat ok und hier hätten wir jetzt genau und diesen fisch kann ich jetzt mit salz haltbar machen wenn ich es nicht wieder verzockt stoff auch nicht okay und ich glaube ganz dann haben wir die dinger hier draußen alle aufgeräumt und können so das salz nehmen habe ich hier scanner room update update ah kameratone ok ok verstehe verstehe was haben wir hier müssen erst mal in die rettungskapsel wieder zum bauen ich bin so planlos es ist es tut mir echt leid ich bin wirklich fürchtlich alles cool wie viel hast du schon in subnautica hinter dir sieht auch nach gutem anfang ja ich habe mal vor drei jahren habe ich mal so drei stunden subnautica gespielt und bin nicht weit gekommen und jetzt bin ich deutlich weiter als ich jemals war ich habe nämlich noch mal von vorne angefangen letzten freitag und ich glaube ganz wir sind jetzt in der fünften stunde und ich bin immer noch ganz 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 am anfang weil ich halt echt keine ahnung von dem spiel habe so wir machen wir jetzt hier halt bei den fisch und dann brauche ich einen neuen plan ich glaube ich muss mehr räume finden idealerweise hast du die rettungskapsel noch nicht repariert oder ist es ein anzeige bei nee ich habe die noch nicht repariert weil ich glaube ich noch nicht herausgefunden habe ich habe das noch nicht herausgefunden und er ist ein bauexperte wie es keinen zweiten gibt oh ja oh ja ich kann total gut bauen ich kann das gleich mal demonstrieren so ich muss jetzt erstmal hier material das kupfer hier rein tun ich möchte auf meinen formschönen formschöne solaranlage hier oben aufmerksam machen die sich nicht dreht ich habe gedacht als ich das da drauf gebaut habe das ding dreht sich mit und so sieht es jetzt blöd aus einfach mist freue mich schon wenn du die ganzen redest das wipi da macht man keine witze drüber rätsel rätsel sind mein kryptonit also ich bin ja schon in sowas nicht gut aber rätsel also wenn hier ich hoffe hier werden keine rätsel passieren gut also wir brauchen sulfur glaube ich das bedeutet wir sind glaube ich da wo ne wahrscheinlich sind wir hier in der mitte scanner ist wahrscheinlich hier in der mitte das bedeutet da was ist das grüne das ist das grüne aber das rote dürfte sulfur sein wenn die sich mit drehen würde wäre die ja eher uneffektiv naja schon also ja stimmt schon ja gut also eben im graben ja der ist jetzt alt super habe ich ganz hervorragend gemacht mir mal ein bisschen wasser mit und dann geht es in den graben da rein wenn ich dir das nächste mal ein gewisses paket schicke dann lege ich noch einen schönen rätselblock oben drauf oh gott bist du das wipi das wäre gemein so hier ist der graben und wenn ihr es richtig gesehen habt müsste ich doch hier irgendwo dann sulfor finden und die bösen fische ich bin ausgewichen ich bin ausgewichen aber wo ist sulfor hier okay hier ist zumindest ein stein aber das ist natürlich kein sulfor quats nehmen wir mal alles das die fische mögen mich nicht glaube ich ich verstehe nicht warum ich verstehe nicht warum ist es muss ich hier hin wieso machst du dort sakuza alex das war fies das war sehr fies tippen in den kram aus den explodierfischen gespauten mit was da sind da ist kram drin nee echt jetzt da wäre ich nie draufgegangen äh draufgegangen draufgekommen vielen dank für den tipp da hätte ich ja noch also ich hätte tage gesucht ich bin so doof und ich habe mich gefragt wo ist denn hier sulfor mhm jetzt in sulfor sonst nie gefunden ja genau deswegen ich bin da sehr sehr dankbar drum deswegen also auch zur erklärung ich bin da nicht so strikt was was backseat gaming betrifft ich bin sogar ganz froh also wenn ihr merkt ich stelle mich zu doof an bin ich nicht um den ein oder anderen tipp äh böse äh sowas wie story spoiler oder so mag ich jetzt nicht unbedingt und im normalfall also ich versuche die sachen gerne selbst und irgendwann wenn ich total frustriert bin dann frage ich auch im normalfall aber wenn ihr merkt da würde ich nie im leben drauf kommen könnt ihr mir das ruhig auch sagen zumindest bei ähm subnautica finde ich das jetzt nicht so schlimm weil ansonsten sitzen wir hier noch in drei jahren 13 leute hier gar nicht echt 13 leute ich sehe das ja gar nicht wow okay okay dann äh dann äh ja herzlich willkommen auf jeden fall alle bei dieser etwas planlosen reise durch das wasser so ich hab jetzt moment ich hab sulfor ich hab sulfor das bedeutet moment moment ich bin der sache auf der spur ich bin der sache auf der spur nämlich dem repair tool das bedeutet silicon rubber das haben wir aber in der basis und es wieder nacht subnautica muss man genießen kann man ruhig mal planlos rumfahren ja das ist tatsächlich auch das was was ich sehr sympathisch an diesem spiel finde also gerade im vergleich zu the forest the forest habe ich sehr viel angst gehabt und habe mich nicht weiter getraut aber bei subnautica ich finde es ist ein sehr entspannendes spiel das hat mir damals beim ersten mal spielen auch sehr gefallen ich bin halt einfach super schlecht das ist halt das problem in der sache das stimmt bei subnautica ist der weg das ziel definitiv wer weiß vielleicht sind wir auch noch in drei jahren hier also nicht hier hoffe ich aber ja mehr ist ja auch einfacher vor allen dingen bei diesen bei diesen äh temperaturen subnautica ist toll relaxing sogar in stress situationen ja ja das stimmt so ich habe das repair tool ich bin so stolz so okay das bedeutet jetzt können wir hier die sachen reparieren oder was kann ich denn jetzt hier reparieren äh use repair tool au ah so okay geological data was das ist dann aber keine byte oder rat nicht hier aber hier hier genau das stimmt es geht um also ich bin bei subnautica immer sehr angespannt tiefen macht mir einfach zu viel schiss also auch im echten leben okay also ich war bei the forest äh sehr sehr angespannt mit das vp wie wie du weißt da hatten wir uns ja schon drüber unterhalten und subnautica finde ich tatsächlich relativ entspannt und guten abend mirahil subnautica fand ich prima bis ins tiefere wasser gegen dann konnte ich es nicht mehr spielen zu viel angst echt okay also vielleicht wird mir das auch noch passieren ich bin gespannt ich bin ja noch vom tiefen wasser glaube ich ganz weit entfernt da bin ich noch ganz weit entfernt gerade klangst du kurz fast wie der held der steine wieso wie klingt das also der held der steine ja kenne ich natürlich aber wieso was habe ich da gemacht und du hast noch nicht mal die mutanten in the forest gesehen ja ich habe auch sehr viel angst the forest weiter zu spielen aber ich glaube das wird irgendwann nochmal passieren habe ich jetzt hier alles moment habe ich hier alles repariert rotation device deployed outgoing radio communication da scheint noch was nicht so ganz knusper zu sein einfach nur die stimmlage in dem okay dafür habe ich den zu selten gesehen muss ich zugeben okay mal gucken ob wir von da oben was machen können kann ich hier irgendwas reparieren hallo okay gut aber es gibt ja noch was was mit dem sol verbauen können und zwar den laser cutter aber ja wo bekomme ich einen diamanten her batterie okay das kriegen wir hin aber ein diamanten ich bin kein meme oder wie es bei bei heute show haben sie es ja nehme gesagt das ist das meme das habe ich auch mal bei mir auf der arbeit gesagt und da habe ich ein volontär bei uns etwas zur verzweiflung getrieben als jemand wieder mehme gesagt hat vielleicht ist sie ist der ja sogar der hält der stelle ich habe zwar mit lego früher gespielt aber gut ach so der scanner raum funktioniert bei nacht natürlich eher nicht so gut aber das hier können wir mal alles rüber können wir das mal die basis rüber haben wir mehr platzieren meine mutter sagt immer diese mein mein mais wie so mein mais power restored ah ist wieder tag so ach jetzt kann ich hier doch auch ein paar sachen reparieren oder hier war da noch irgendwas was kaputt war oder nö achso die sachen hier ne fabricator unpowered wieso ist der unpowered gut aber das hier machen wir mal bei equipment rein die flair auch die creature x ich habe keine ahnung haben wir noch wasser die nutrient digger die machen wir mal hier beim wasser rein ich glaube ich nenne das auch nicht wasser oder water ich nenne das verpflegung verpflegung ohne g das ist jetzt die verpflegung die verpflegung die verpflegung also ein gewehr fragt mich nicht meme sind mein mais okay okay ähm gut also können wir jetzt hier sulfo haben wir sehr gut dann brauchen wir die nächste sache und zwar diamanten ich habe aber keine ahnung wo diamanten sind äh ach und ich habe wieder kaum wasser toll der ist jetzt decomposing dieser fisch den kann ich also wieder wegwerfen das habe ich herausragend gut gemacht wobei den kann ich ja später glaube ich ganz in irgendeine komische anlage werfen zum zum verrotten ich würde vorschlagen den scanner raum abzuschalten wenn ihr ihn gerade nicht nutzt der zieht viel strom den kann ich abschalten kann ich den abschalten kann ich den abschalten einfach mehr solaranlagen ballern ja okay das das klingt auch nach einem guten plan äh ja ich würde auch mehr panels hinknallen okay einfach suche ab ach so ja ist ja ist ja aus dann oder control okay 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 was aha was will das spiel mir damit sagen mit dieser kamera wo bin ich was ist das so lala anlagen okay abreißen und die welt erforschen so spiel ich subnautica okay das klingt ja schrecklich dass du dich gerade im maul eines stalker befanden ist wieso kommt meine kamera ins maul eines stalkers was macht die da ah ich habe zwei kameras und eine kamera hat einen stalker gefressen habe ich das richtig gesehen die viecher mögen metall okay der hat halt hunger okay okay spannend aber aber mehr kann ich glaube ich nicht abschalten also das hier ist jetzt aus ähm hier kann ich gerade nichts bauen ja das hier könnte ich bauen die kameradrohne noch scanner room hat chips data from scanner rooms to the hud die okay magnetite habe ich auch keine ahnung wo das hingeht deine kamera wurde gekidnappt ja die wurde gefischnippt nee der fisch wurde ja nicht nicht gedinkt ja wenn der stalker dem stalker die kamera klaut dann brauchst du halt einen bioreaktor der brauche ich wahrscheinlich wirklich ich brauche einfach mehr mehr raum das klang jetzt falsch ich weiß so dann gucken wir mal ob wir da draußen noch irgendwie ah ne ich ich muss räume finden ich habe ja keine blaupausen für die räume das bringt ja alles nichts mit weiter ausbauen ist ja totaler blödsinn was ich da probiert habe ähm da haben wir auch keinen platz mehr deshalb habe ich überall keinen platz mehr naja machen wir das hier rein immer schwierig wenn doch in den raum genau bio da muss ein atomreaktor hin mhm mhm gut ich fange jetzt nochmal erst essen und dann gehen wir auf erkundungstour und hoffentlich finde ich dann endlich mal ein paar räume und ich meine das anders ich meine das sehr pazifistisch bleib stehen fischi radiation detected super ähm puh das war es jetzt aber erstmal mit fischen hier in der nähe oder da da fischi na wieder weg na gut dann machen wir die halt die fische gut 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 wieso verbrauche ich eigentlich so viel wasser also wieso werde ich so schnell durstig habe ich eben gerade den fisch runter geworfen ja ich habe den fisch runter geworfen also ich weiß ja nicht ob du überhaupt noch anbauen darfst hast du das denn bereits abgeklärt ich glaube dass du erstößt gegen die bauvorschriften meinst du ich muss da erst noch irgendwo einen antrag einreichen gut wo wo ist jetzt erstmal da ist das schiff mhm moment orientierung wo wo ist das schiff gebruch landet da ich glaube da hinten war man noch nicht und wieso wieso bin ich hier so seitlich das ist irgendwie falsch das macht mich kirre sonst ach geh weg fisch wenn du ein fahrzeug baust mit dem du der überschwemmung entkommst bist du dann ein architekt nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht alex oh und radiation ich glaube da sollte ich nicht lang besorgen sie doch bitte erst einmal passierschein a 38 ne da werde ich ja wahnsinnig wenn ich passierschein a 38 mir besorge ach du hast sie immer schon bestes fahrzeug ja die habe ich schon die habe ich das letzte mal gebaut da habe ich den tipp bekommen tatsächlich die zu bauen holger ist auch eher so der archetyp ja total man kennt mich als archetyp okay gut dann ähm brauchst du ja den strahlungsanzug den habe ich ja den habe ich ja schon gebaut aber den habe ich halt nicht dabei also ich habe das kopfteil nicht dabei ich glaube da ist jemand wütend explodiert da ist sulf oder wäre ich echt nie drauf gekommen dass der in diesen dingern drin ist ah weg au mistviecher mit der sieben macht rumcruisen halt extrem gespannt ich finde die auch extrem cool muss ich sagen also die gefällt mir tatsächlich wirklich gut wirklich wirklich gut so aber ich glaube hier ist ansonsten nichts spannendes mehr ne da hinten ist irgendwas wo ist nicht sie moth wo habe ich ihn geparkt da habe ich geparkt ich komme wie auf dem supermarkt parkplatz vor wenn ich nicht mehr weiß wo ich geparkt habe kennt ihr das passiert das so häufig weg mal gucken waren wir hier schon ich habe keine ahnung ob wir hier schon waren ja kenne ich auf dem supermarkt parkplatz wenn man das einzige auto hat da findet man das auch nicht geisterfuchs du machst dich wieder mit lustig oder oder ich merke das aber ich glaube hier ist kein raum mehr ich glaube da habe ich schon alles alles abgegrast oder da ist höchstens eine tür da komme ich aber nicht rein wo sind räume wo sind räume ok was ist das ist das ein ein geysir oh ja das das sieht das ist bestimmt heiß oder ok gut aber ich glaube ganz wir haben ansonsten keinen platz mehr wenn ich noch weite titanium mitnehmen deswegen gucken wir uns hier mal so rum in der hoffnung hier irgendwo noch räume zu finden aber ich glaube hier sind keine mehr oder salz das ist schon mal gut da kann ich wieder ein bisschen fische vor basteln tauch doch mal mit der simoth runter ich glaube dann sterbe ich doch garantiert 30 seconds ich bin mir echt nie sicher ob die simoth das aushält das ist mir ein bisschen zu riskant so geschrieben von hans w geysir dörfer ok der mahlstrom so es ist mir zu langsam hier es ist einfach zu langsam ja das da unten sieht doch schon mal gut aus was oh ich glaube die kenne ich zudem ک jetzt eben kein so haben wir ja na ja sie most fragment ok die haben wir aber schon die brauche ich nicht nochmal unseren bar table ok ich brauche aber auch kein tisch Nehmen wir mit, aber wenn du mit der Siemacht da runtertauchst, ist Sauerstoff näher you know. Was? Wieso näher you know? Ach, die blöden Viecher, ja. Das verstehe ich nicht. Einsteigen, Sauerstoff, aussteigen. Was? Aua. Hat wehgetan. Laser Cutter Fragment, okay. Inventory full, super. Da wären wir wieder bei meinem alten Problem, dass ich keinen Platz mehr habe. Nein, Scanner Room Fragment haben wir doch auch schon. Das hier können wir noch. Ach. Die ist weggeworfen, fast. Er weiß eben nie was. Du musst ja nicht immer zur Oberfläche zurück, sondern kannst einfach rein ins Schiff, raus aus dem Schiff, weitermachen. So schwer zu verstehen ist das doch nicht. Okay. Das klingt aber sinnvoll. Das klingt tatsächlich sinnvoll. So, ich hätte gerne, ich hätte gerne noch einen Raum. Irgendeinen. Also, ich nehme viele Räume. Aber ich glaube, ich werde hier nicht mehr fündig. Klingt sinnvoll. Macht aber trotzdem nochmal weiter. Ja, weil ich keine Ahnung habe, wo meine Seamoth gerade ist. Oh, wo ist die? Oh, die sind ein bisschen weiter weg. Oh, oh, haben wir hier einen Raum? Nee, das ist ein Seamoth. War die nicht nur durch Upgrades verfügbar? Was? Hat die Seamoth nicht auch einen Kofferraum? Okay, was für Upgrades. Ein schöner Raum gibt es in 280 bis 300 Metern Tiefe. Okay. Dann muss ich runter. Oh. Was ist auch nicht mehr? Oder einfach mehr Platz? Ja, aber wie komme ich runter so viel? Okay, den Ort hier merken wir uns mal. Da will ich gleich wieder hin, wenn ich meine Sachen abgegeben habe. Upgrades lassen dich zum Beispiel tiefer tauchen. Ah, okay. Upgrades sind wir mal vorhanden. Das ist besser, Martin. Ja, ich weiß. Aber wo bekomme ich da Upgrades her? Ich bin so planlos. So. Ah. Wir machen zuerst mal Titanium. Es gibt da so eine gewisse Insel, die auch nicht verkehrt wäre. Da gibt es eine Insel? Wo ist eine Insel? Ich habe noch keine Insel gesehen. Gibt sogar zwei. Es gibt echt Inseln auf diesem Planeten. Okay. Hat die nicht sogar zwei Berge? Also real jetzt, okay? Toll, jetzt habe ich aber einen Ohrwurm, Norby. Und ich befürchte, ihr wisst, welchen Ohrwurm, oder? Die sind sehr weit weg, okay? Es wäre nützlich, mal das Funkgerät zu benutzen, glaube ich. Okay, das ist Funkgerät. Das habe ich doch benutzt, dachte ich. Das hier. Das ist Lifepod 6. Ich habe einen Passenger auf dem Bord. Coordinationen sind verbunden. Wir haben einen Kilometer von dem Barschplatz, aber es gibt radiöten zwischen uns und dem Rundervoll. Reaktion eine sofortige Unterstützung. 6 aus. Signal Coordinationen verabschiedet. Approximate Transmissionen. Origin recorded zu Databank. Okay. Okay. Um. dann sind wir anscheinend nicht mehr alleine kann auch was schlechtes sein aber keine geleise wieso geleise ach so ja gleise genau so wir geben jetzt erstmal das zeug hier ab ja guten tag da wären wir und bauen weiter schränke weil wir das können kann ich könnte hier drüber einen schrank bauen herausragend gut die jammer p wie so ein goldfisch immer alles gleich wieder vergisst du meinst eher wie eine sturmfliege ich bin halt manchmal ein bisschen verschüsselt so die sachen tun wir alle hier rein wenn wir platz hätten und nennen das wieder material sind ganz toller titel für den schrank und das nehmen wir auch aber jetzt verstehe ich auch warum das sulfor hier angezeigt wurde weil das spiel gemerkt hat ich bin schon an sulfor vorbeigeschwommen ich habe es noch nicht gesehen da war ich anscheinend einfach zu doof dafür das ist eine tolle kamera gut verpflegern ich will ja aber nicht hier die vorräte auch brauchen ich glaube dann sammle ich lieber wieder mal gucken ob wir wieder blasen fische finden da drüben zum beispiel ich bin bin halt ein vergesslicher mensch es gibt diverse sachen die ich nicht vergesse aber ich brauche meistens noch so einen optischen reiz dazu und dann vergesse ich die sachen auch nicht wenn ich die einfach nur lese oder so dann vergesse ich die sehr gerne versteck dich nicht du kannst beschriften wie bei blackbooks bubelbu misc and other wieso blackbooks was sind blackbooks blackbooks ist es eine serie oder oder bücher das ist schon so ein problem als autor du sagst wenn du sie liest ja ich muss mir halt alle sachen aufschreiben ich habe bei meinem schreibprogramm ich benutze ja papyrus also papyrus ist ja so eine autoren schreibsoftware und da gibt es ja auch datenbanken und man muss dann alles eintragen also ich muss alles eintragen in diese datenbanken natürlich das ist wichtig ich meine die geschichte kennt ihr doch auch george r martin hat ja auch nicht mehr gewusst was teilweise in seinen büchern passiert bei game of thrones und hat deswegen da gibt es anscheinend einen fan der game of thrones wiki gemacht hat und den hat dann george r martin immer angeschrieben wenn er wissen wollte was irgendwann irgendwo passiert ist so zumindest die legende blackbooks ist eine unfassbar gute serie aufzuspielen schaut sofort okay sagt mir nichts wir haben mit einer anderen serie heute angefangen wir haben heute mit lucifer angefangen und ich bin sehr sehr angetan davon gefällt mir bisher sehr gut es ist glaube ich sehr sehr schwierig zu schreiben da habe ich sehr großen respekt vor den schreibern aber das macht richtig spaß kein wunder dass er sein zeug vergisst wenn er zehn jahre an einem buch schreibt das stimmt das stimmt da hat er ein arg lange dran geschrieben so jetzt haben wir wieder platz und jetzt geht es wieder auf erkundung wo ist die sieben auf hallo da lucifer ist schund macht aber trotzdem spaß wie es ist es schund das hätte ich jetzt nicht erwartet die reaktion also mir hat tatsächlich also wir haben jetzt erst zwei folgen geguckt aber mir hat das durchaus spaß gemacht ich fand das sehr sehr gut geschrieben auf die dialoge und ich glaube das das ist wirklich schwierig so ein charakter zu schreiben also habe ich echt respekt vor den schreibern weil so ein bisschen übermächtige charaktere sind halt immer so ein bisschen bisschen schwierig so wo wo waren wir jetzt hier hier irgendwo waren wir doch oder radiation haben wir hier irgendwas zum entdecken wasser marsch der gute alex rost alex ich habe hier extra wasser vielen dank dass du daran denkst dass ich mich hydrieren muss wie ja auch eben gerade im spiel irgendwie da unten irgendwas nee einfach nur material welcher fisch hat da gelacht was nein weg 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 fisch geh weg du hast zähne ja sie mobs fragment okay das machen wir jetzt mal blackbooks ist über den buchladen eines soziopathischen irischen buchhändlers und seinen assistenten und so fantastisch gar nichts habe ich glaube ich noch nie von gehört scanner room fragment ja den haben wir doch schon haben wir hier irgendwas da haben wir salz auf jeden fall da drüben sind wir die bösen bösen algen aber von der serie habe ich echt noch nie was gehört moment ich glaube jetzt verstehe ich auch was geisterfuchs meinte wir testen mal was aus wo ist die simoth geht da ist der der große kerl die simoth ist echt so weit weg okay springt er mal hier so weit ich muss ja zugeben ich finde die map nicht so übersichtlich irgendwie mal gucken jetzt verstehe ich was du meinst geisterfuchs jetzt verstehe ich es tut mir leid den hauptdarsteller dylan morgen kennst du vermutlich aus schon auf der da spielt er den freund von shawns girlfriend den er nicht leiden kann ah ok scheinst die simoth nicht besonders zu mögen oder so weit wie du immer wegschwimmst doch aber ich das sieht sehr sehr heiß aus ich glaube nicht dass ich da runter kann geisterfuchs meinte ich gehe jetzt erst mal griff oder zwei auf nein tut es nicht geisterfuchs ich bin ich bin brav wirklich was ist denn das für ein symbol hier kann man auf jeden fall noch mal was abbauen zur erklärung für für die anderen griffos sind pets in was lass meine simoth in ruhe fisch sind pets in ion gewesen das haben geisterfuchs und ich mal früher gespielt okay machen wir das mal so ich bin gespannt was uns hier passieren wird ich opfere mal ein snickers sowas und schon findet er neue sachen nur weil er endlich effektiv sein ubrot nutzt ich habe noch nichts gefunden es ist aber hier auch ein bisschen schwerfällig das ubrot was ist denn das kann man da irgendwas rough cradle was habe ich denn da jetzt cradle seat ok das symbol sagte neue nachricht im funkgerät aber wie empfange ich das was nein au irgendetwas dotzt gegen mich ich glaube es ist die wand ah ja es ist die wand ich dachte schon es wäre ein fisch äh schau doch mal in deine hotkeys das ist eine gute idee ich glaube das probieren wir mal keyboard ähm picture nö jump pda deconstruct exit holster und defuse ne 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 wenn die wand gegen dich dort solltest du dein movement überdenken ja 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 ähm kann ich hier vielleicht irgendwas beacon manager ok ah ok das kann ich auch machen äh oh ja ich würde ja gern reagieren auf wer auch immer da versucht mit mir kontakt aufzunehmen toll aha jetzt ist es runter gefallen ich habe keinen platz mehr äh wo ist denn ist es hingefallen ähm so ok ähm kann man The Forest Multiplayer spielen äh ja ich glaube The Forest kann man zu zweit oder dritt sogar ah ah spielen Nachricht abspielen geht nur um Funkgeräte ah ok da muss ich also wieder zurück sehe ich das richtig ich muss sowieso zurück weil ich Sachen abladen muss ich habe keinen Platz mehr na ist Sauerstoff so leichter zu handeln ja Geisterfuchs ich gebe es zu ich gebe es zu ist es sehr viel leichter zu handeln vielen vielen Dank das ich glaube wenn ich dieses Spiel allein spielen würde würde das nicht so gut ausgehen hier wie gesagt The Forest hat mich zerstört äh ok Radiation ich glaube dann können wir auch die Radiation Suit anziehen das könnte der Plan sein das könnte der Plan sein heute kommen wir weiter heute kommen wir hier weiter bin ich sehr sehr zuversichtlich so dann wären wir wieder zurück habe ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt dass du das solltest was dass ich was sollte ach so mit dem Radiation Anzug ja vielleicht so wir haben hier eine neue Nachricht da da hallo Plan re-recorded distress call this is officer Keane in light pod 19 the captain is gone I have assumed command the last thing the captain did was give me coordinates for dry land we regroup one and a half kilometers southwest of the crash site stay together and good luck southwest ok ok rendezvous coordinates corrupted transmission origin coordinates downloaded signal location uploaded to PDA PDA wo ist denn das PDA ähm da habe ich doch eben gerade bei den Controls PDA gehabt tab ah ok ah ok ach da kann ich auch runter ok 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 jetzt die Seamoth machen wir nämlich in eine andere Farbe dann sehe ich das vielleicht auch besser hoffe ich live pod wird rot und das hier wird gelb ok einen Kompass würde ich auf jeden Fall mitnehmen wenn ich auf einem fremden Alien Planeten abspürze ja bestimmt Neon aber was wenn Norden auf dem Alien Planeten gar nicht Norden ist das wäre das wäre ja blinkend wieso blinkend so äh was haben wir hier jetzt ähm genau ich wollte hier die Sachen noch was mache ich denn jetzt mit diesen komischen Dinger mit denen kann ich ja gar nichts machen anscheinend noch nicht wahrscheinlich ok dann machen wir die einfach mal in die Basis rein so so ja guten Tag da wären wir wieder und ähm machen wir nochmal so ein da gut ähm Zeug Zeug ich nenne das Zeug und tue die Sachen da jetzt rein von denen ich keine Ahnung habe was sie machen und da kommt das andere rein das ist so ein Sauerstall den ich hier habe gut Equipment ja ähm das hier wollte ich mitnehmen und tausche ich jetzt aus gut gut okay dann müssen wir da hinten hin anscheinend das machen wir als nächstes sobald wir hier uns ein bisschen vorbereitet haben mit ähm ähm Sachen für den längeren Ausflug würde ich sagen und dann geht's da hin hallo Fischis dann nehme ich euch mal mit ich hätte aber gern mehr Wasser also nicht mehr Wasser sondern mehr Wasser ein kleiner aber feiner Unterschied sieht meine formschöne Basis mit meinem Lockerwald aber hier sind nicht die Fische die ich suche da der ist irgendwas geplatscht da Blasenfisch Blasenfisch hallo bleib da noch mehr Blasenfisch und noch mehr Blasenfisch sehr schön ja das sind nicht die Fische die ihr sucht dann gehst du ja der gute alte Jedi Mind Trick mit Bad Batch haben wir jetzt auch angefangen wir hatten ja vorher noch unseren Scrubs Rerun beenden wollen und haben jetzt tatsächlich gestern mit Bad Batch angefangen ich könnte mal wieder Rogue One schon ja Geist der Fuchs tut das wenn du unbedingt willst achso das war falsch oh Rogue One eine gute Idee nein Rogue One ist keine gute Idee okay ich kann mich nur wiederholen ich mag Rogue One nicht Watch Party mit Shamapi äh nein nein wenn ich es verhindern kann gucke ich keinen Rogue One wobei ich glaube ganz sicher wird Rogue One eher schauen als Matrix könnte man wieder Schnaps trinken um Rogue One zu vergessen genau äh 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 Michael genau das sehe ich ganz genauso aber ich muss zugeben ich habe tatsächlich Rogue One größtenteils vergessen zum Glück ich habe ihn ja auch erst einmal gesehen aber ich bin kein Fan von Rogue One da fand ich tatsächlich Solo besser und Solo war okay nee so ähm ich brauche aber Salz ich könnte Schnaps trinken um die neue Trilogie zu vergessen ich fand die neue Trilogie besser als Rogue One Solo ist Längen besser ist halt Star Wars genau genau es ist es also ich finde Rogue One ist jetzt wirklich kein guter Film aber man kann nicht gucken äh wo habe ich denn das Salz hin ich glaube wir haben jetzt hier wieder ein ähnliches Problem nur dass es wenigstens dann nicht wie draußen ähm das 3D mir Probleme macht Salz Rogue One Fighter Lost das ist das ist ein blödes Wortspiel für eine perfekte Symmetrie wäre ein zweiter Einstiegsluge in der Base Idee da da hast du eine Idee das ist das ist eine gute Idee da muss ich nicht immer drum herum schwimmen das nervt mich nämlich tatsächlich ein bisschen mit dem drum herum schwimmen das ist sehr gut okay ähm das gucken wir uns mal an was brauche ich um eine zweite Luke zu bauen Quarz Titanium haben wir Quarz Titanium was machen wir da mal hier drüben mhm Hedge das ist ja super das war eine großartige Idee enorm vielen Dank da bin ich nicht drauf gekommen tatsächlich aus welchem Grund auch immer gut aber ich wollte jetzt noch Wasser bauen Wasser bauen ich habe ja schon Wasser gebaut und ich will jetzt noch haltbaren Fisch bauen gut dass Ressourcen nicht limitiert sind oder Ressourcen sind doch nicht limitiert oder ich weiß es nicht ich hoffe es Filmchen war Solo halt überhaupt kein Star Wars echt echt Solo war kein Star Wars für dich spannend Solo war für mich total Star Wars letztens hast du behauptet er wäre gut er hat ihnen nur nicht gefallen weil Kriegsfilm ja das meine ich doch damit jetzt sie wieder schlecht entscheiden nein das meinte ich damit das meinte ich damit theoretisch sind sie es weil die nicht nachspawn au oh die die spawnen nicht nach ich habe gedacht oh das bringt mich jetzt aber in Probleme weil ich bin sehr knauserig mit nicht respawnden Ressourcen hm das ist blöd eine Krake von Kalle ne Solo war Star Wars Rogue One war kein Star Wars ganz genau ich hatte null Star Wars Feeling tut mir leid bei Rogue One schon wie kannst du bei was haben wir denn hier wie kannst du bei Rogue One Star Wars Gefühl haben aber bei Solo nicht ich verstehe das nicht wunderschönen Abend achso stimmt du warst ja noch gar nicht da guten Abend Kalle ha ich hatte gedacht du kommentierst das gerade aber stimmt du bist ja gerade erst reingekommen Tatsache ja siehste mal Kalle ich habe das Gefühl du bist immer da aber schön dass du reinschaust Rogue One hat voll Star Wars nein Solo ist so naja nein Geisterfuchs stimme ich sowas von nicht zu Qualle nein Kalle oh bis eben auf dem Balkon gesessen okay war es wenigstens schön draußen auf dem Balkon äh allein die Musik hat mich bei Solo gar nicht mitgerissen okay das macht für mich da schon viel aus aber die Musik in Rogue One lass es nicht vom Bauern einer Megabase abhalten wenn du Bock drauf hast ja werde ich machen aber ich bin halt wirklich knauserig also also knauserig ist es ist ja ähm ähm ich habe mich gerade wieder ausgetrickst ähm okay das ist jetzt hier haltbarer Fisch da habe ich auch den Soundtrack echt ja in Rogue One fand ich gab es schön neu angeregt nein Musik in Rogue One passt zurück wo fahren wir wieder die Wöchentliche Star Wars gespielt ja Alex offensichtlich haben wir die ja bei Kolien sind nach der letzten nasskalten Periode wieder eröffnet das ist schön das ist schön wenn das Wetter wieder so schön ist Qualle wirst später keine Lust mehr haben die Ressourcen zu sammeln so viele wirst du finden okay okay das ist zumindest beruhigend Norby danke für die Info weil ansonsten wäre ich jetzt glaube ich sehr sehr knauserig geworden wirst du schon mal hier irgendwann kapiert dass er falsch liegt nein nicht bei Rogue One nicht bei ähm äh Solo aber ich finde sowieso was deutlich besser ist als Rogue One und Solo und die neue Trilogie ist Rebels ich finde Rebels ist so unterschätzt als Star Wars Serie finde ich wirklich gut der sieht am Anfang so ein bisschen wie eine typische Disney Kinder Serie aus aber ich finde Rebels ist einfach stark also Rebels hat mir total dieses Gefühl von den alten Episode 4 bis 6 äh Filmen gegeben also mir hat es total viel Spaß gemacht so dem will ich ja nicht so und ich brauche jetzt nochmal ein bisschen Fisch und dann geht es auf die große Reise zu dem Distress Signal Rebels ist top bestes Star Wars RPG vor ja auch mir hat Rebels auch totale Firefly Vibes gegeben und ähm wer mich kennt weiß dass Firefly wie ja wahrscheinlich aber bei bleib hier Fischi bleib hier wie wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten sehr sehr hoch angesehen ist also ich hatte wirklich bei Rebels ständig Firefly Gefühle ja Geisterfuchs Rebels ja ich weiß klingt Stress Signal ja das stimmt äh falsch hier ist es falsch ich bin manchmal doch ein bisschen abgelenkt es tut mir leid ähm dann gehen wir hier nochmal rein machen nochmal Futter und dann geht es auf die große Reise Klein Jammer Pee reist ganz weit so gut ich speichere einfach mal wer weiß sicher ist sicher da ist die Z-Moth haben wir alles das hier brauchen wir nicht das können wir reintun in die Basis oh noch Wegstufen schmieren für den großen Track ganz genau ich habe gerade quasi Wegstullen geschmiert ganz genau es ist ja wichtig also das ist das sollte man nicht vergessen wobei hier das sind die Wegstullen glaube ich wobei da kann ich sogar mal eins mitnehmen oder na ne machen wir nicht so jetzt wo die Evox Filme auf Disney Plus sind muss ich mal wieder in die reingucken zuletzt das Kind gesehen ich habe die mit Anfang 20 glaube ich gesehen und ich weiß das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine unpopular Opinion aber ich finde die Evox Filme nicht so schlimm ich habe die sogar eigentlich ganz gerne gesehen take my love take my land take me while I cannot stand I don't care I'm still free you can take the sky away from me the sky from me genau ach Firefly Firefly besser abgelenkt als abgeleckt ah ja okay ja Geisterfuchs also als Kind mochte ich sie das weiß ich noch es gibt ja auch es gibt die Evox Serie auf Disney Plus mittlerweile kennt ihr die noch die habe ich als Kind tatsächlich gesehen und ich fand die ziemlich gut mir haben die sogar besser gefallen als die Gummibären zeitweise und jetzt mit Musik und Gesangstalent ich habe ja mal tatsächlich im Chor gesungen früher aber ich habe schon ewig nicht mehr gesungen okay gehen wir mal zu diesem das ist aber ziemlich tief jetzt ist es nicht so tief wenn man alles außer den Evox ausblendet ist es gut okay ich fand die tatsächlich nicht schlecht ich habe die halt immer eher als als Fantasy Filme wahrgenommen und nicht wirklich als Star Wars genauso wie die Evox Serie ist auch nicht wirklich Star Wars die habe ich nie gesehen genauso wenig wie die Druiden Serie Freunde immer die habe ich auch nie gesehen aber die sieht halt auch vom Zeichenstil her wirklich schlimm aus Evox sind nervige Fußhofen nein sind sie nicht jetzt war die Evox Serie Comic oder Realverfüllung das war äh Zeichentrick das war so eine Zeichentrick Serie oh da komme ich nicht tiefer anscheinend ähm und jetzt wo sind wir hier gehen wir mal hoch Evox Evox sind die mächtigsten Wesen des Universums die sind schlauer als das Imperium definitiv so was haben wir denn hier ah das ist eine Insel okay wir reparieren aber erstmal die Hülle hier das ist nicht reparieren das ist reparieren das ist reparieren so äh lieber hoch statt weiter erkunden klar äh ja weil mein U-Boot kaputt gegangen wäre kannst dein Boot noch mit was Stahlplatten oder Indruck für tiefere Tiefen ausrüsten beziehungsweise Tiefen ausrüst ich vermute ja ich vermute ja ich hab nur keine Ahnung wie vielleicht bin ich bei Evox Voreingabe ich glaube nicht Michel also Evo cool ich glaube ganz das hat auch nichts mit deinem Namen zu tun was ist das denn für eine Insel die kenn ich gar nicht echt oh da sieht die nur komisch aus also wir gucken uns die Insel jetzt mal an wo war die da die gucken wir uns jetzt mal an er braucht die Upgrade Konsole um tiefer zu kommen und das andere U-Boot ok die sieht aus wie ein umgedrehter Zahn kennst du sicher die Insel ok ich kenn die Insel nicht ich war hier noch nie ok hallo ist hier jemand ok auf der Insel warte bestimmt Mr. Wilson der weiß wie das geht mit dem U-Boot wer ist Mr. Wilson solange hier ah was sind das da oben es leuchtet ah doch ja sah eben nur merkwürdig klein aus und so nah am Schiff ok wollte ich auch gerade schreiben habe ich gerade irgendeine Anspielung mit Mr. Wilson nicht ver- nicht nicht gerafft leuchtende Bäume hallo ist hier jemand der Volleyball aus Casterway ach Casterway habe ich nicht gesehen ja hast du ja ok Ming Pflanze oh die nimmt ganz schön viel Platz weg schande Jammer P ja ich bin nicht so ich ich mag Tom Hanks nicht so ganz ich mag ihn wieder mehr als früher aber Ach ich kann ich kann das ja alles hier scannen ok sorry no Spoiler kein Problem kein Problem da ist Casterway ist jetzt kein Film wo ich irgendwie kranklich mit Spoilern werde das hat wieder so einen ganz seltsamen Jammer P Grund warum er Tom Hanks nicht mag der ist nicht seltsam der Grund der Grund den kann ich gleich erklären warte wieso magst du Tom Hanks nicht ich ich erklärs gleich hast du Tom Hanks Maze the Monsters nicht verziehen der war aber auch schrecklich langweilig Maze the Monsters ne ich habe ihn nicht verziehen er hatte mal also mittlerweile geht es wieder also ich finde ihn mittlerweile sogar einigermaßen sympathisch wieder also ganz bin ich immer noch nicht grün mit ihm er hat mal in einem Interview sich von seinen alten Komödien distanziert das war in der Zeit wo er so Forrest Gump und anspruchsvolle Filme gemacht hat und er hat sich da halt von seinen Komödien sehr distanziert was ich ihm ein bisschen übel genommen habe weil ich mochte seine alten Komödien sehr gerne ich mochte Schlaf aus in Seattle ich mochte okay das ist jetzt keine Komödie an sich aber ich mochte Big und ähm ich weiß noch auch wenn er ein bisschen anzüglich ist dass wir uns sehr köstlich über Bachelor Party äh amüsiert haben und absolut ein Jammer P Grund ich sag ja ein seltsamer Jammer P Grund Voxel kennt hier jemand noch Nova Logic ne sagt nix die von Delta Frost die haben doch Voxel erfolgt ach Voxel doch diese Pixelabwandlung die plastisches Gras und Text Texturen darstellen konnten ah Voxel ähm war das nicht auch bei ähm diesen Everquest 2 Survival das sind das sind Blumenbeete was macht ein Blumenbeet hier na clear Voxel Grafik ja ok Marble Melon ist auch total egal ob ein Schauspiel der alten Sachen doof findet endet ja nichts daran dass man sie mag ja aber das hat mir halt ein bisschen unsympathisch gemacht muss ich zugeben Chinese Potato Plant ok und nun kannst du Nahrung anbauen in deiner Basis echt kann ich hm ah und das hier sind wahrscheinlich Seeds die ich dafür nehmen kann ne ja du hast Beete du hast Samen ja bestimmt aber ich hab noch keine Erde Pink Cap nö Bulbotry und dann wachsen hier Voxel Schrapp scheinbar eine vergangenen Nova Logic Siedlung ok ok hier hier kichert irgendwas oh da oben ist irgendwas oh da oben ist irgendwas wie komm ich denn da hin Bulbotry bester tree wieso was was macht der Bulbotry mal gucken ähm Plora Plant Bulbotry exploitable Bulb Bulb ach Bulb aaaa ok Can we harvest and consume humans for its high water content ah Wasser Wasser sehr schick Bilbotry fände ich besser ok keine Erde worauf stehst du ja das stimmt auch wieder aber ich kann die Erde glaube ich nicht einfach mitnehmen auf nutzlosem Dreck ja ich kann die nicht mitnehmen ähm ich hätte ja auch gerne hier die Lampe da ist ein Pfad es ist jetzt dunkel geworden da oben ist es ok komm ich denn da hin ich fall bestimmt irgendwo runter das nennt man Nacht ach das nennt mich hier an diese da gab es bei Kings Quest 3 glaube ich ganz wahr das wenn man da ähm fliehen will am Anfang gibt's da so ein komisches Seventinen Gedöns im Gebirge da bin ich ständig runtergefallen da dran erinnert mich das hier ok ok Speckled Rattler lifebomb nehme ich erstmal nicht mit yes plan pflanzen gehen noch nicht das war Außenbeet ok wenn man doch eine Schaufel forschen könnte wie bei Minenkraft dann könnte man dem nutzlosen Dreck Bedeutung zukommen lassen als Blumenbeeter den Dreck ok ja ja aber Schaufel weiß ich vielleicht geht das sogar aber ich wahrscheinlich brauche ich erst den Blueprint für die Schaufel Hallo ist hier jemand ich scanne das mal Bullcat Door wieso New Blueprint Acquired New Blueprint Acquired Kommst zu der Plant Door ok New Blueprint Acquired Observatory noch mehr Räume macht man da nicht so ein großes phallusartiges Objekt was wie so phallusartiges Objekt alter der Mond mach nichts außer die Nacht und den Sternenhimmel angehen echt ich habe da jetzt gar nicht drauf gehabt oh hübsch aber es gibt hier ja noch einen zweiten Mond ist ein zweimond Planet aber ich finde die Grafik ist tatsächlich sehr hübsch gefällt mir Download Data Integrating New PDA Data ok aber hier haben wir ansonsten alles glaube ich da unten was? Ne da geht es nur tief runter der große ist die kalte Sonne ach das ist ah das ist die kalte Sonne ok das kleine der Mond ok also doch kein zwei Mond ich dachte es wäre ein Mond das ist aber ganz schön nah dann guck mal ob du mehr scannen kannst der Trend geht zum zweiten Mond sehr schön ja also ich kann hier nicht mehr scannen dachte ich aber vielleicht habe ich irgendwas übersehen kalte Sonne klingt nach Aldebaran muss man wissen aber hier ne sonst kann ich hier nix scannen ein Kenner so sind sie so ist der Kalle wobei man aber auch sagen muss der Kalle war ja letztens bei Alex Bats also behalte aber schlecht gaming im Stream im Voice und war für die Entscheidung bei Mass Effect 2 zuständig und hat Ashley sterben lassen ich wollte das nur nochmal erwähnen hier einfach runterspringen da ähm ich vertraue dir mal das macht mir ein bisschen Angst ja Bats ist halt noch weiter Mass Effect 1 stimmt bei Mass Effect 1 also Mass Effect halt war richtig entschieden naja naja ich finde ja schon dass Ashley äh Ashley ja Ashley ähm eigentlich ein spannender Charakter ist war okay so ja 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 so was haben wir denn hier was den Multi-Purpose Room das sieht mir so ein bisschen nach Spinnenvieh aus greifen die mich an greifen die mich an ich mal gucken ich hör da doch eins okay wir machen jetzt erstmal Databox öffnen Ultra Glide Fins ah schick schick water planter äh äh water planter ja wall planter okay open supply crate battery nimmer PDA download data integriert ein tot musste man ja das stimmt schon ein virtueller charakter fragwürdig hinter kommst ja lord sakuza ja das geht weh warum gehst du in dein Inventory wenn du Hotkeys hast ähm weil ich die Hotkeys nicht kenne ja feysucker ich habe auch ein bisschen Angst vor denen ein bisschen Angst vor denen ein bisschen Angst vor denen eins zwei drei vier fünf achso ja aber ich hatte doch gar nicht ausgerüstet die die das Messer und so Ich hab echt ein bisschen Angst vor den Viechern. Ich glaub, die sind nicht freundlich. Ah! Geh weg! Okay, und dann müssen wir das anders machen. Ich kann mich da ja nicht mehr... Quicksave und dann Gironimo, ja, ja. Kannst einfach mal kein Schisser sein, zum Beispiel. Du kennst mich doch, Geisterfuchs, du kennst mich. Okay, ich brauch auf jeden Fall erstmal was zu trinken. Ich glaub ja nicht, dass die nett sind. Hier, komm, komm hoch, komm. Ich, ich hau dich. Der war doch aber noch ein zweiter irgendwo. So. Okay. Was bist du? Cave Crawler. Zwei Stunden später. Schisser leben länger, ein Herz für Schisser. Ja, ja. Tatsächlich, find ich auch. So, Cave Crawler. Agile Territorial Carrion Feeder. Well adapted to both land and sea. Gas exchange membrane. Absorbs essential gases from the air or water for basic bodily regulation. Mender builds this species seeks out corpses. Ah, okay. And packs before defending its claim while the corpse is devoured. Assessment necessary waste recycler. Avoid or incapacitated. Okay, die hätten mich also tatsächlich angegriffen, die Viecher. Also, haben sie ja auch. Aber ich kann da anscheinend nichts damit machen. Gut, der ist aber noch ein zweites irgendwo. Purple Tablet. Was auch immer das macht. Das nehmen wir auch noch mit. Ah. Ich glaube, der ist tot. Purple Tablet. Erstmal ablecken. Genau. Es leuchtet purple. Ja, genau. Was macht es? Es leuchtet purple. Okay. Ah. Spotlight. Das ist natürlich schick für an die Basis dran. Und was haben wir hier? Stasis Rifle Fragment. Ein Stasis Rifle. Okay. Da können wir jetzt ganz viel mehr bauen das nächste Mal. Oh. Ich glaube, die haben sich da verfangen, die Viecher. Okay. Aber wenn die tatsächlich Leichname toll finden, dann ist hier irgendjemand gestorben. Wahrscheinlich. Und die haben den versucht zu futtern und wollten den von mir verteidigen. Ist so meine Vermutung. Das bedeutet, hier ist wohl, wer auch immer hier gelebt hat, gestorben. Wäre so meine Vermutung. Ich, Sherlock. Und das ist Tablet zum Herbeiführen von Niederschlägen zum Nutzen. Ihr wisst schon. Wieso zum Herbeiführen von Niederschlägen? Rub Basket. Okay. Was gibt es denn hier noch? Die Minkpflanze. Flash Gordon lässt grüßen. Ach, Purple Rain. Danke. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Es gibt aber tatsächlich schlimmere Ohrwürmer, finde ich. Es gibt schlimmere Ohrwürmer. Danke, Kalle. So, da wären wir. Laternenbäume. Caramel Danzen zum Beispiel. Äh, nein. Nein. Ihr wollt mich nicht Caramel Danzen sehen. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Gibt es hier hinten noch irgendwas? Kleinen Jammer Pi auf Erkundungstour. Popel-Lehm, Popel-Lehm. Was? Popel-Lehm? Popel-Lehm? Bitte gerne. Peanut Butter Jelly Time. Oh Gott. Danke, Michel. Danke. Oh. 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 Die hüpfen ganz schön hoch. Ja. Lasst mich doch in Ruhe. Oh. 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 Okay, hier ist, naja, keine Höhle, sondern Durchgang. Ey, ich hab mich ein bisschen verlaufen. Aber nur ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Da wär ich nie drauf gekommen. Ja, deswegen dachte ich mir, sag ich's. Okay, ich bin wahrscheinlich auch von der ganz komischen Seite hier auf die Insel gekommen. Oh Gott, die haben ja schon wieder Viertel vor zwölf. Lass mich in Ruhe. Ist hier oben irgendwas? Ah, hier geht's zur Zimoth. Ich glaube, ich bin einmal rundherum gelaufen. War ja auch wieder typischer Jump-Up hier. Anstatt mit dem Boot erstmal rumzufahren und zu gucken, wo man gut anlegen kann, dann springt der bei der steilsten Welt raus. Ja, so bin ich halt. Warst du schon auf dem zweiten Berg oben? Hm. Oh, oh, äh, Moment. Ist, war ich da nicht? Da, da war ich doch oben, oder? Oder war ich da noch nicht? So wie letzte Woche dann irgendwann Viertel nach Eins war. Genau, ganz genau. So ist das. Auf dem Grad warst du, glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das war ja dieser Aussichtsraum, den ich da gefunden habe. Oh. Lass mich in Ruhe, Vieh. Ich tue dir nichts. Du tust mir auch nichts. Jetzt musst du zwei Spitzen geben. Okay. Ich würde erst mal rausfinden, wo der zweite Berg ist, bevor ich planlos hochrenne. Funktioniert doch. Also hier ist zumindest... Was? Ich weiß nur nicht, ob das der zweite Berg ist. Der ist halt tiefer, ne? Ist hier unten vielleicht irgendwas drin? Ist das atmosphärische Musikrad oder ist das irgendein Vieh, das hier rumläuft? Ich glaube. Milka Montelino, kleine Berge mit weißen Gipfeln. Oh, wobei ich jetzt gerade Lust auf Tuplarone bekomme. Hm, was haben wir denn hier? Ah, da geht's runter wahrscheinlich. Gibt's eigentlich Fallschaden? Toll, jetzt ist es dunkel. Ich sehe nichts mehr. Beides zur Musik. Ja. Das nennt man immer noch Nacht. Ja. Ah, ne. Da renne ich wieder falsch. Hm. Hm, 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 hm. Okay, das ist das, wo ich dann schon war. Also müsste da hinten doch das nächste sein. Hallo. Also hier war ich wahrscheinlich auch noch nicht, aber das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es hier irgendwas Spannendes gibt, oder? Ich verabschiede mich mal von der ganzen Rumrennerei und sage, gute Nacht und viel Spaß und Freude noch. Danke dir, Jack. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ähm, ja, dir auf jeden Fall noch eine gute Nacht und wenn man sich vorher nicht mehr sieht oder liest oder hört, wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende oder vielleicht auch morgen ab 9 Uhr geht's ja hier wieder bei Dark Souls 2 weiter. Und nächsten Freitag dann natürlich wieder bei Subnautica, je nachdem wo ich hier war, versuche dreimal den selben Berg hochzukraxeln. Und dann, na dann, diesmal aber, wer weiß, vielleicht klappt's ja. Ich, ich hab halt keine Orientierung. Aber da werdet ihr wahrscheinlich nicht draufgekommen, wenn ich das nicht gesagt hätte, dass ich keine Orientierung hab. Äh. Komm ich da nicht hoch? So groß ist diese Insel nun auch nicht. Ja, aber ihr scheint ja noch irgendwas zu geben, was ich noch nicht gemacht hab. Ja, hier war ich schon. Komm ich ja her. Vielleicht komm ich hier weiter. Ah, da, da. Da, da haben wir was. Da haben wir was. Da oben. Komm ich da hoch? Toll, jetzt auch noch im Dunkeln. Okay, das sieht aber jetzt auch nicht gesund aus, da drinnen. Denk mal nach, dieses Spiel hat keine Klettermechanik. Es wird also wohl wie vorhin auch einen Pfad geben, ja. Supply Crate, desinfektete Water, okay. Ahead of time will help ensure against dehydration. How dare you hide, Lord Jesus, from me! Skedowel, dir ist es gerade gelungen, mich beim Trinken zu erschrecken. Und ich hatte Glück gehabt, ansonsten wäre Schlimmeres passiert. So, was haben wir hier? Indoor Grow Bat, okay. Oh, wup, wup, herzlichen Glückwunsch. Ein Fahnen. Tür rein, wieso so langsam? Was? Die Tür rein, wieso so langsam? Das verstehe ich nicht, was du damit meinst. Aber ich glaube, ansonsten war hier nichts. Das war es jetzt, oder? Du standst eine Minute vor der Tür und hast dich nicht reingedrückt. Ja, wenn ich mich umgeguckt habe. Das will ja alles hier durchdacht sein. Aber ich glaube, hier ist ansonsten nichts mehr. Ich glaube, hier ist alles, was ich... Und ich glaube, jetzt habe ich die Insel aber komplett entdeckt. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo noch was sein könnte. Round and round. Kalle. Also, ich drehe mir sogar extra zweimal für dich. Oder dreimal sogar, so. Ja, es ging darum, dass du das Indoor Beet nicht verpasst. Ah, okay, okay, verstehe. Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis mit dem Indoor Beet, weil das hätte ich verpasst, tatsächlich. Ich hätte es verpasst. So, und jetzt gehen wir zu Seamoth. You spin my head right round, right round. Ja, das stimmt. So. Die Seamoth. Nein! Es gibt Fallschaden. Ich bin runtergefallen. Es hat zum Glück nichts Schlimmes gemacht. Deiner Seamoth geht es übrigens nicht so gut. Wieso geht es meiner Seamoth nicht so gut? Welcome aboard, Captain. Wieso geht es meiner Seamoth nicht so gut? Was war denn hier? Oh, ist doch okay. Das kann ich aber anscheinend nicht scannen. Wieso geht es meiner Seamoth nicht gut? Der geht es doch ziemlich gut. Okay, was ist das hier? Ancient Floater, okay. Wir sehen es nicht, weil dein Köpfchen vor der Zahl ist. Ah, okay, okay. Wart mal ganz, ganz kurz, dann repariere ich das. Hier hat der Energie. Und links daneben leben. Die Dinger kennst du schon, nur in kleinen. Ah, okay. Aber ich kann tatsächlich ja meine Kamera zur Seite schieben. So. Ja, wobei, da bin ich jetzt... Er hatte sie doch schon repariert. Ja, habe ich, habe ich. Ich glaube, so. So, so sollte es okay sein, denke ich. Dann sieht man die Zahl, wenn irgendwas ist. Wobei, jetzt. So ein bisschen. Der hat ja nicht zu sehr in die Mitte, weil ich glaube, dann verdecke ich andere Sachen. Ich glaube, ich sollte mal... Wie viel Platz habe ich noch? Noch ein bisschen Platz. Ich habe noch nicht viel gesammelt. Lecker Fisch. Lecker Fisch. Allzu weit können wir da nicht... Passing 100 Meter. Oxygen Efficiency Decreased. Passing 200 Meter. Oxygen Efficiency Okay, das war nur Wasser. Äh, Salz. Ich meine Salz. Hast du Potato Seeds mitgenommen? Wäre schlau gewesen. Ich glaube ja. Ming Plant. Rotten Chinese Potato. Hm. Ich dachte, es wären Seeds gewesen. Okay. Okay, dann sollte ich nochmal zurück, wahrscheinlich. Au. Was ist das? Special Equipment is required to collect this resource. Okay. Schade. Oh, den Knollenbaum nicht. Nee, anscheinend nicht. Ich glaube, ich sollte nochmal zurück. So. Wir futtern ja den Samen. Ja, aber die sind doch rotten. Also die sind doch weg, oder? Aber das Ming Zeug kann weg. Echt? Das kann weg? Okay. Dann. Ach, das hier kann wahrscheinlich auch weg. Was? Ich habe eben irgendwas anderes weggeworfen. Salz. Was? Fürs Einpflanzen können die auch verrottet sein. Macht nix. Ach, okay. Okay, okay. Ah! Bleib da! Ah! Glaubt, wenn du die Pflanzen, wenn du die Pflanzen gescannt hast, kannst du in der Datenbank lesen, ob etwas essbar ist. Stimmt. Da könnte ich mal nachgucken. Das hätte ich dann natürlich direkt essen können. Das hätte ich dann natürlich direkt essen können, anstatt es verrotten lassen. Ah, nee, irgendwie ist mein, ja, vielleicht ist es mal ein Heuschnupfen, also mal eine Allergie, dass ich da das Gefühl habe, dass da ein Haar im Auge ist. Das passiert nämlich auch manchmal. So. Mal gucken, ob ich da oben zu den Sachen komme. Gut, was haben wir hier? Ähm. Laternenfrucht. Nehme ich einfach mal mit. Wer weiß, wofür ich das brauchen kann. Ja, okay, und das andere war, glaube ich, in einem anderen. Da unten, genau. Gut, dann rennen wir mal da runter. Und da waren ja diese Blumenbeete. Chinese Potato. Nehmen wir alle mal einfach mit. So. Hier hatten wir alles, oder? Ich glaube, hier war auch alles okay. Ich glaube, da oben eventuell noch. Bulbo-Tree. Aber der war doch irgendwo draußen, dachte ich, oder? Ich glaube, der wäre irgendwo hier draußen gewesen. Ja, äh, auf dem anderen Berg wuchs nix. Hm. Da, ist das nicht einer? Bulbo-Tree. Ah. Okay, wir haben halt keinen Platz mehr, ne? Gut, jetzt aber. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch zum... zur Simoth zurück. Ja, ganz schön langer Weg. Ah! Da wäre es fast runtergegangen. Springwasser schwimmen. Na, ich habe Angst gehabt, dass ich da irgendwie doch auf Land komme. Ich kenne mein Glück. Der arme Bulbo, ob der je dazu kommt, sein Buch zu schreiben. Äh. Naja, im Prinzip ist das hier ja tatsächlich einmal hin und zurück, ne? Spring. Ist ja echt springen. Arschbombe. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Spring. Spring. Sollen wir hier damit irgendwas machen? Nö. Wo ist denn... Da ist die Simoth. Halt das dunkelblaue Treffen, nicht das hellblaue. Ja, ja. Es hat funktioniert. Da fallen Sachen runter. Okay. So. Auch wieder erst panikmäßig in eine Zufallsrichtung schwimmen. Dann gucken, wo das Ziel ist. Ja. Du kennst mich doch, Geisterfuchs. Du kennst mich doch. So. Und jetzt ab nach Hause. Ach nee. Ich wollte jetzt erst noch reparieren. So. Ab nach Hause. Das kann ein Weilchen dauern, glaube ich. Runter. Ist groß. Und das klingt so, als ob hier irgendwelche bösen Viecher sind. Oder große Viecher. Was bist denn du? Okay. Das haben wir anscheinend schon. Ich habe hier. Hier haben wir schon alles gescannt, oder? Ja, ich kaufe. Da ist alles gescannt. Ja, das ist Titanium. Das kann ich sowieso nicht tragen. Gut. Gut. Das ist Ossi aus der Cafeteria. Was in der Hölle? Leute, sie wollten uns nicht, dass das passieren könnte. Unser Pod war fast durch diese Seamoth-Bähe auf der Weg nach unten. Jetzt sind wir auf dem Boden eines Kaffensystems und diese grimmartige Snake-Thing versuchen, durch den Hull zu essen. Komm, wir holen uns schon! Signal-Lokation zu PDA. Okay. Da sind aber mehrere, kann das sein? Das sind mehrere Distress-Calls. Ja, ja, das sind mehrere. End-Under-Attack, okay. Klingt böse, ja. Plissken, was in dem Plissken? So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas Neues? Pathfinder-Tool. Das haben wir schon länger, glaube ich. Laser-Cutter. Stasis-Rifle. Ingredients unknown. Super. Diamanten haben wir noch nicht. Ich dachte, wir hätten doch irgendwelche komischen neuen Flossen bekommen. Wieso kann ich... Ach, ich habe keinen Platz mehr. Haaa. Ich muss sowieso was essen. Ne, das Wasser nehmen wir nicht. Soll ich auch noch nach Snake Plissken fragen? Wieso Plissken? Snake Plissken? Oder halt sein Bier trinkender Kumpel Snake Plissken. Was? Oder der Zauberlehrer, Snake Plissken. Was? Da bist du auch dreimal drüber gemaust. Über was bin ich dreimal drüber gemaust? Vielleicht. Holger kennt doch Flucht aus New York nicht. Ach so. Ja, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der Typ aus Metal Gear Solid. Okay, das habe ich auch nie gespielt. Das ist tatsächlich auch so eine Reihe, die ich immer mal nachholen wollte. Aus dem Englischen übersetzt. SD-Bob Snake Plissken ist der Protagonist der Filme Escape from New York und Escape from L.A. Kurt von Russell Crowe. Ja, Kurt Russell... Russell Crowe. Wieso wollte ich Russell Crowe vorlesen? Kurt Russell, ja. Porträtiert und von Revisor John Carpenter und Treibüro-Autor Nick Castle kreiert. Ja, ja. Gut. Haben wir hier irgendwo Platz? Nö. Das wollte ich doch nicht. So. Typ aus Metal Gear heißt Solid oder Naked oder Liquid oder blöde Hackfresser. Stimmt, ist das wirklich. Okay. Gut. Was haben wir hier? Nix Neues. Ähm. Ich habe jetzt aber keinen Platz, ne? Und was mache ich mit dieser lila Tafel? Ancient Tablet with Purple Symbol. Baust einen großen Raum, baust du Beete, pflanzt ein. Okay, okay. Du weißt, dass du jetzt einen großen Raum bauen kannst. Ja, ich will hier erstmal... Ähm. Ich kämpfe damit, Platz zu machen, damit ich Titanium nehmen kann, weil ich glaube, ich brauche Titanium wahrscheinlich. Um Sachen zu bauen. So. Das hier kommt bei Equipment rein. Gut. Und jetzt haben wir hier Titanium, oder? Nö. Da haben wir Titanium. So. Sechs pro Raum, okay. Gut. Abit hat Bilder. Observatory. Multi-Purpose Raum. Sehr schön. So. 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 So So. So. Welles. Mir tut, aber der Tag war superkack. Oh, das tut mir leid zu hören, Rather Sweepie. Bemüde und muss wieder früh raus. Deshalb schnappe ich mir jetzt meine Hängematte und spannende sie zwischen zwei Bergen. Ich wünsche eine gute Nacht und vielen Spaß noch und macht nicht mehr zu lange. ne, ich denke, wir haben ja schon Viertel nach zwölf, diesmal machen wir nicht so lange, ich glaube bis maximal noch ein Uhr ich will jetzt noch ein bisschen hier bauen mir das Ganze mit den Beeten angucken und ich glaube dann sind wir wahrscheinlich bei ein Uhr, tippe ich mal auf jeden Fall, vielen Dank fürs Reinschauen, Mr. Sweepy und wir sehen uns ja morgen dann auch in deinem Stream, bin gespannt drauf, freue mich schon drauf, ähm, ja bis morgen würde ich sagen du machst Platz wenn du so ein Motor-Dingens nicht im Inventory hast, weil du brauchst es nach der Seamoth erstmal nicht mehr, naja, es ist halt schon schneller mit dem Ding bin ich unterwegs, schön einbauen, genau, ich bau mich immer gerne total ein ähm ich will das aber hier eigentlich dran bauen ich mach das jetzt mal ok was Loderis Playset ok das verstehe ich nicht, aber das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Anspielung, die ich einfach nicht verstehe wahrscheinlich kann ich hier nochmal so einen dran bauen ah ne, da brauche ich wahrscheinlich erstmal so ein Verbindungsding nein geh weg lass mich doch in Ruhe, du Mistvieh denk an die Symmetrie du meinst hier dann noch da drüben eins bauen ist das dann besser für dich da drüben hier so jetzt haben wir das gebaut so, ich brauche erstmal Wasser wieder einbauen einbauen einhushpoint kiffernd bewegen ich mag Witze, die meine klären muss ok ja da bin ich jetzt nicht drauf gekommen ach, mach wie du willst es muss ja auch einfache Wege geben und so ja, ist ja auch vollkommen ok das Ding ist ja ich bin ja auch immer sehr viel symmetrisch bauen ich hab da so ja sagen sie mal so ich hab die Sachen auch gerne ordentlich ich krieg's nicht immer hin aber mich treiben die Sachen dann doch in dem Wahnsinn wenn ich's nicht hinbekomme das ist so der kleine Monk in mir nenn ich das immer Monk ist auch so eine Serie, die ich eigentlich sehr gerne geguckt hab ein der wenigen relativ klassischen Krimi-Sellen mit denen ich was äh, mit der ich was anfangen konnte das Ding ist halt mit diesem Motor-Ding ähm kann ich halt auch schnell entkommen das ist halt auch schick find ich aber die Fische wachsen doch nach, oder? wir wollen nichts von deinem kleinen Monk nein so meinte ich das nicht Skedowel so nicht ich meinte also ich meinte das anders ich meinte das unverfänglich später wurde er irgendwie zu flapsig so richtig unmonk das stimmt das stimmt mir hat das auch später dann nicht mehr ganz so gut gefallen muss ich sagen also wobei ich sagen muss ich fand die zweite äh ähm Assistentin, die er hatte auch ganz nett die mochten viele ja nicht die Natalie glaube ich die mochte ich eigentlich ganz gerne kannst Räume noch übereinander bauen sozusagen mehrere Etagen ah okay muss ich mal gleich gucken mal gucken toll nichts mehr zu trinken Hauptsache wir haben noch was Prost ah wir haben wieder einen Funkspruch so diese Sachen können wir jetzt erstmal essen und trinken so wo war der Funkspruch da Seaglide okay ich hab hier noch niemanden getroffen auf diesem Planeten Kirio ja und vor deiner Nase kommt virtuell das Wasser aus dem 3D 3D Drucker Ironie das stimmt aber stimmt das ist kein 3D Drucker eigentlich das ist ein wie hießen die bei Star Trek ähm 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 wie hießen die nochmal bei Star Trek wie hießen die Dinger ähm ähm Replikator genau danke michel danke Replikator meinte ich das ist alter glaube ich so Exterior kommen wir nicht Interior da kommen wir Titanium wer hätt's gedacht so Alter das ist nicht das alter nicht zu wechseln mit Stargate Replikatoren die etwas unangenehmer sind wieso was machen die Stargate Replikatoren alter das ist nicht das alter wieso meinst du das ist nicht das alter ich helfe doch gerne vor allem bei Nerdgrabs ja da setz ich drauf da setz ich drauf so was haben wir hier alles zu bauen Glaslocker hm Radio könnten wir auch hier drin bauen ah und einen Fabrikator können wir auch hier rein bauen das ist auch schick okay Bulkhead provides structural support and prevents flooding okay Alien Containment Wall Planter Nuclear Waste Schild Stargate Replikatoren sind quasi Borg ah okay ich habe Stargate nie wirklich viel geguckt leider ich glaube ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt fand es ganz nett habe es aber nie weiter geguckt Replikator ist das eine Hip-Hop Aspirante aus Blade Runner okay Blade Runner der hat sich nicht an die grundlegenden Regeln gehalten mit einem Messer nicht rennen was kommt als nächstes Knife Fork Scissors Slide okay verstehe ich gerade nicht aber muss ich vielleicht auch nicht so wir machen jetzt hier was hier hin kommen wir hier hin okay was mache ich jetzt damit Use Planter gut mal gucken muss ich da jetzt auch Wasser drauf machen kennst nicht den Spruch Messergabel Schere Licht sind für kleine Kinder nicht doch doch das kenne ich das kenne ich das stimmt da halt immer nach so einer Noir Scheiß aus wer mit einem Messer rennt der modelt auch als Vampirjäger Shea Blade Ja Blade ja ach ja ich hoffe ich habe das überhaupt richtig benutzt die Melone musste mit dem Messer schlagen ach so geht das noch ah dankeschön mit mit schirmscham und Melonen king ok kalle ok die potato plant das funktioniert ah da wächst da wächst schon was da wächst was kann ich da auch drüber gehen ok da hinten machen wir da machen wir auch noch ein Beet hin und zwar richtig schön in die Mitte gut dann können wir nämlich da auch noch Sachen reintun es klingt aber so als ob da draußen irgendwas ist nö scheint nicht scheint nicht ja ja die habe ich da ganz clever hingebaut gut was können wir noch bauen mal gucken haben wir jetzt hier noch ein Observatory verpackt mit 360 degree views and very low structural integrity ok es bringt halt wahrscheinlich nicht ganz so viel das zu bauen multipurpose room haben wir halt schon gemacht Spotlight brauchen wir nicht Solar Panels ich glaube da bauen wir noch welche oder dann brauchen wir mal Kupfer und Glas haben wir noch Glas irgendwo ja die brauchst du aber gar nicht kann weg für diese echt die Luftpumpe brauche ich nicht wieso brauche ich die Luftpumpe nicht für die Symmetrie genau Norvi hat es richtig erkannt solange der Gartenschlauch in der Mitte von beiden Beeten platziert wird klappt das Gießen ganz easy Solar Panels unter Wasser ja hier guck da da ist ein Solar Panel hier und ich baue jetzt noch weitere wo mache ich das hin wo mache ich das hin so da drüben kommt auch noch eins hin Solar Panels sind auch nur Strom erzeugende Mickey Mouse Ohren für Unterwasser Basen ja ja so gut könnte ich hier noch ein Verlängerungs Ding bauen Momenti 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 aber das basen bauen das macht halt schon spaß das ist das cool das gefällt mir ja ich habe kein dings mehr so du hast doch den bio reaktor oder gibt mehr strom echt okay dann dann gucke ich mir den gleich mal an hat das eigentlich einen grund dass du den scanner und bau ding immer was an macht wie ein feuerzeug mit mehrfach klicken anstatt einfach gedrückt zu halten das hat den grund dass ich manchmal einfach unfähig bin so eine grid 4 base aus vierfach verbindern wäre auch lustig integrität negativ wird alles unter wasser steht was wieso woran kann ich das sehen kann ich das irgendwo sehen so lustig der basenbau ist für mich das uninteressanteste am spiel echt okay beim basenbau kannst du nicht einfach drauf losbauen du musst auf deine höhlen integrität achten ja wo sehe ich die aber ich habe doch auch hier diese sachen wo war das das hier damit kann ich doch auch irgendwie die wieder erhöhen anscheinend bulk hat wiring kit und lubricant brauche ich genau darauf musst du halt achten ja aber wo wo sehe ich eine basenbau ist das dr frankenstein oder tante der eine tante passt mich okay ich brauche ein wiring kit es ist halt nervig dass ich immer rüber rennen muss ich brauche gold und table corral sample okay dann kann ich das nämlich auch hier bauen weil das nervt immer wieder rüber rennen zu müssen wieso kann ich das nicht das ist ja doof da das ist das halt halt und gold brauche ich gold subnautica der virtuell gewordene chemiebauskasten basenbau gibt später auch eine laugenhütte und eine säure schutzhütte wer weiß wer weiß vielleicht die integrität siehst du immer oben links wenn du was an oder abbaust okay danke für die info das werde ich mir gleich mal angucken beschwert sich dass er rüber rennen muss aber braucht die beete auseinander und die base aus unerfindlichen gründen anfangen sich um ihren mittelpunkt zu drehen ist symmetrie sehr wichtig ja man weiß nie was passiert auf einem alien plan genau ich finde das auch sehr wichtig stimme dir da vollkommen zu das hält fit ganz genau so jetzt können wir hier sachen bauen ist echt lustig also meine base so aussah hatte ich schon so viel mehr vom plot gespielt ich habe bei der base immer nur das nötigste gemacht war ansonsten exploren und store store spielen ganz anderer zugang okay ich will mir hier halt eine gute ausgangsbasis ich glaube ich glaube hier sind die sachen schon gewachsen äh 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 ja der bioreaktor braucht einen eigenen raum zumindest die mitte davon okay okay so ach story okay ja ja symmetra stimmt dir zu was symmetrie angeht das true enemy of humanity ist disorder ja tatsächlich das sehe ich ganz genau so sehe ich ganz genau so gut dann werden wir mal schauen ich brauche ja einen raum muss ich raus da sehe ich jetzt aber nichts mit der hull integrity ah oh minus acht damage to weak hull remove maaaass silicon rubber okay wasserbruch in drei zwei eins äh raum schnell abhorn ja oh das sieht aber nicht gesund aus brauchst du dass du äh einschlägst du kannst auch von oben auf die röhren bauen kannst falls du sowas magst echt okay das wäre mir nämlich viel lieber sogar jetzt brauchst du nur noch eine fritteuse um aus den schneesigkartoffen würstig frittierte pommes zu machen das hätte schief gehen können okay silicon rubber haben wir doch irgendwo noch ähm ne das ist titanium pipes brauchen wir nicht stoff da die bete vielleicht doch in einem raum ja vielleicht vielleicht weil das schon eigentlich so ganz nett ist finde ich ähm ach das war ein exterior bed ich brauche ein interior so können die auch kaputt gehen gut ähm ich wollte ja jetzt die hülle wieder verstärken ach so macht man das okay mhm ich verstehe titanium ich brauche titanium das ist blei titanium so so gut und jetzt kann ich nämlich dahinten den raum bauen den ich bauen wollte natürlich ein bisschen material verschwendet wahrscheinlich na ja ich habe nichts mehr noch titanium ja guten tag mal wieder bald habe ich kein titanium ja muss ich mal nachholen was machte ihre hausmeister der nebenher schwarz whisky bränden der englischen unterwasserbasis die schocken dich kalle oh mein gott wo katzen wohnen weißt du aber kalle oder ansonsten kann ich dir sagen wo katzen wohnen kalle verdammt ja du kennst ja alle ok wieso ist hier ach kann man natürlich hier auch dann rein tun die kann ich so viel ich glaub ich hol die alle hier rein die sachen so ich will das aber hier mitnehmen lass mich in ruhe ach ich habe keinen platz mehr ich kriege flashbacks bei den ganzen worten lockers ging das genauso norvi so ach kann ich nicht hier hinlegen und ich die nicht weg machen konnte in der base kann man die nicht ab ach nein wieso kann ich die in der base nicht ablegen ne im sutere oh ju was ist großgrau und unwichtig der irre ihr kennt ja alle wieso kennt ihr die alle was liegt am strand und hat einen sprachfehler ich liebe diese wortspiele zeug die seit 15 jahren alle zwei wochen erzählt ich hab dir schon länger nicht mehr erzählt ich hab dir schon länger nicht mehr erzählt was sitzt auf einem baum und winkt oh äh der 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 hu ein u ein u genau was ist weiß fliegt und kommt aus einem unbekannten land ähm so ich wollte doch den bioreaktor bauen wiring kit lubricant also schwarzhaarig und hat acht augen eine spinne was grenzt an dummheit ich nee so rotten bulbo tree sample das können wir noch mitnehmen und Kanada und mitnehmen er war fies hier kurz hat er vielleicht es seilt sich auf jeden fall gerade auf deine schulter ab äh nein tut es nicht geisterfuchs oder ne okay und zu meiner frage mit dem was weiß ist fliegt und aus einem unbekannten land kommt das ist die biene mayo ähm hier da war lubricant okay gut und jetzt brauche ich nur noch ein wiring kit war das ne silber Der schwingt sich von Kuchen zu Kuchen. Sind die aus Marzahn? Der Marzipan? Der Tarzipan? Gott. Wie nennt man einen unentschlossenen Assassinen? Ich weiß es nicht. So. Wirren-Kit wollen wir. Gut. Und jetzt gucken wir mal. Hier hinten wollten wir den Bioreaktor hinbauen. Da. Ah, der kommt in die Mitte. Okay. Okay. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Titanium brauchen wir noch. Ich glaube, ich habe langsam kein Titanium mehr. Da haben wir noch. Ein Nunjahr. Okay. Ich spüre, wie ich mit jedem Witz ein Jahr älter werde. Es tut mir leid, Norby. Es tut mir leid. Die Frommbeere auch schön. Die rote Beete. Auch nicht schlecht. So. Gut. Ähm, wir konnten doch Schilder bauen. Copper Wire. Da haben wir noch eins. Ähm, nee. Das war, glaube ich, bei Zeug. Ich glaube, bei Zeug habe ich Copper Wire drin. Ähm, offensichtlich nicht. Ich habe aber keine Ahnung, was das macht. Wir tun es aber mal hier rein. Wieso konnte... Ach, das kann wahrscheinlich nur draußen. Gut, dann kommt es wieder zurück zu Zeug. Ähm. Habe einem Hipster ins Bein geschossen. Jetzt hoppst du. Geht schlecht. Ich spüre, wie ich mit jedem Witz ein Jahr dümmer werde. Och, Michl. Michl. Das ist schwarz und weiß und sitzt auf der Schaukel. Wird den Reaktor vielleicht doch mal drehen, damit du nicht immer rumrennen musst, um was reinzutun. Kann man... Kann ich den noch nachträglich drehen? Ein Schwinguin. Nicht schlecht. Der Schauspieler. Ach. Was muss ich denn da reintun? Ach, da tue ich jetzt Bio-Sachen rein, ne? Schwinguin finde ich auch schön. Kann ich den drehen? Ich glaube nicht, dass ich den drehen kann, oder? Abbauen, neu bauen. Okay. Ach, die bekomme ich komplett wieder, ohne dass ich Sachen verschwendet habe. Das ist schick. Das gefällt mir gut. Äh, da. Äh, wie drehe ich denn? Äh, vielleicht bei den Controls sehe ich jetzt, wie ich drehe. Cycle... Ah, wahrscheinlich so. Ja, haha, haha. Okay. Warum können Seeräuber den Flächeninhalt eines Kreises nicht berechnen? Weil sie Piraten... Ja, den kenne ich. Das ist ein Kombi, weiß ich leider nicht. Ich spiele auf Konsolen. Es ging mit dem Mausrad. Mit dem Mausrad ging es tatsächlich sehr, sehr einfach. So, hier haben wir noch eine Batterie. Ich habe doch hier irgendwo noch Draht gehabt. Und das verrottete Zeug hier können wir da reinwerfen, denke ich. Draht. Wo ist mein Draht? Da. Weil... Da kommt nämlich hier ein Schild hin. Das hat ja... Es muss alles seine Richtigkeit haben. Kann ich zumachen und dann das Schild drauf. Warum können Schlümpfe nicht backen? Keine Ahnung. Schade, dass ich das nicht nebendran machen kann. Reaktor. Ah. Da kann man sogar die Farbe... Also ganz ehrlich, das ist schon... Das ist... Das ist cool. Das ist... Das ist gut. Ah. Okay. Schild gemacht. Weil sie Gagamehl haben. Kommt ein Neutron zur Disco, sagt der Türsteher. Tut mir leid, nur für geladene Gäste. Ah, ja. Ja, ich liebe meine pinken U-Boote. Schick. Okay, und da können wir jetzt wahrscheinlich dann den verrotteten Fisch reinpacken, oder? Nerd. So ist er, unser Geisterfuchs. Also ich finde, mit der Basis sind wir heute richtig weit gekommen. Ich bin stolz. Ich geh mal aus dem anderen Eck raus. Ein Lobstrahl der Liebe kommt sofort. Dieser Drecksfisch. Wo ist der? Dieser blöde Fisch. Und jetzt kommt der Michel auch noch mit Lord Sakuza. Ich... Also, das Ding ist... Lord Sakuza. Das war ja mein Trauma in Sekiro. Ich bin hier, glaube ich, 90 Mal an Orin gestorben, oder so, bis ich die besiegt habe. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch, damit ich beim nächsten Mal direkt wieder mit frischem... mit frischer Nahrung und Wasser und so starte. Wollte ich gerade noch ein paar Fische fangen. Kann ich da auch die Pilze reintun? Fällt mir gerade so auf. In dem Bioreaktor, oder? Ist das schlecht? Ich meine, das ist Säure, oder? Der Fisch war über dir. Drei Sekunden länger draußen. Er hätte dich wieder gehabt. Echt? Ich sehe ihn nicht. Ach, hier haben wir noch einen Locker. Mit Titanium? Ist der Titanium auch noch drin? Nö, ist es nicht. Fische fangen einfach mit dem Scooter drüber, Polzen. Nö, ja, so funktioniert das. Äh, da ist meine Basis. Hast du ihn diesmal gesehen? Ich meine, der schlängelt die ganze Zeit voll in deinem Blickfeld. Nee, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn echt nicht. Ich sehe ihn wirklich nicht. So. Wasser und Fisch. Das bauen wir jetzt noch. Und dann, kurz vor eins, ich denke, damit sind wir auch heute gut vorangekommen. Also ich bin stolz auf mich. Mit acht Augen und arig ist er auch. Ja, ja. Mit dem Scooter überfahren kannst du deine humanistischen Fischfangmethoden nutzen. Hast du kein Dynamit? Äh, nein, Dynamit habe ich leider tatsächlich nicht. Der gute Gary Fisch. Ich glaube, der Planet hat einen neuen Fisch, seit du da bist. Ein Blinden. Ah, der Scootcast. Also der ist wirklich gut, den Gäste. Nicht schlecht. So. Hm. Und, äh, bei Verpflegung tun wir auch noch was rein. Ich probiere jetzt mal was. Und wenn mir der Bioreaktor um die Ohren fliegt, dann ist es halt so. Ich tue jetzt den Pilz in den Bioreaktor mal rein. So. Kannst den Icons der Pflanzen sehen, ob sie ins Innen- oder Außenbeet kommen? Ah, okay. Grüner Hintergrund, Innenbild. Lila Hintergrund, Außenbeet. Okay. Blauer Hintergrund, nicht anbaubar. Da gab es doch eine Serie im ZDF. Nepper, Schlepper. Ne, Nepper, Schlepper, Bauanfänger ist das, glaube ich. Das war doch, ähm... War das nicht, äh, Aktenzeichen XY ungelöst? Oder war das nur was Ähnliches? Immer noch besser als Scooter Hardbuster. Hardbuster oder Hyper Hyper, wenn wir schon bei Scooter sind. Ich hoffe mal, dass ich den Bioreaktor nicht kaputt mache. Ich glaube, der Vorgänger von XY... Das kann auch sein, dass er einfach der Vorgänger davon war. Das stimmt. Das kann sein. So, haben wir hier eigentlich... Ja, Nachricht. Das ist Avery Quinn, von Trading Ship Sunbeam. Aurora, D. Reed. Over. Nothin' but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease. They send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Okay. Das hier wollte ich noch nehmen. Dann... Rutter ich nämlich das. Heil mich hoch. Sonst habe ich, glaube ich, hier nichts Interessantes mehr. Vielen Dank für den Follow. Ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt... Wie kann ich denn deinen Namen aussprechen? Atensic oder Atensic? Auf jeden Fall, vielen Dank für den Follow. Für den Support. Das ist wichtiger Support. So, ich gehe mal ins Baumhaus zurück, etwas schlafen. Morgen muss man ja wieder überschätzte Imperiale verkloppen und Rebellen fangen und erst... Ja, ja, das ist wichtig, Michel. Und wir machen auch hier gleich Schluss, denke ich. Ich wollte hier nur noch ein paar Sachen machen. Aber wir haben ja schon eins. Hatte ich ja auch angepeilt eigentlich. Atensic. Atensic. Okay. Atensic. Ich versuche es mir zu merken. Atensic. Okay. Dr. Baxter ist ja wohl eine Ikone der deutschen Musikgeschichte. Ist der? Wobei ich bei Dr. Baxter immer an die Teenage Mutant Ninja Turtles denken muss. Weil heißt nicht der Wissenschaftler da auch... Äh, äh, Baxter. Jetzt wollte ich Michel sagen. Aber gut. Ich glaube ganz hier, das sieht nach einem guten Punkt aus, um Pause zu machen. Oh, hier ist es auch gut gewachsen. Ich bin so stolz auf meine Basis. Baxter Stockman. Ganz genau. Teenage Mutant Ninja Turtles fand ich großartig. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle hier Schluss. Nächsten Freitag geht es ab 9 Uhr wieder weiter. Ich werde dann wahrscheinlich ein bisschen mehr erkunden. Nachdem wir hier die Basis jetzt gut ausgebaut haben. Strom drin haben. Pflanzen drin haben. Im Bioreaktor drin haben. Und ein bisschen mehr ins Spiel auch eingestiegen sind. Ich habe jetzt auch deutlich mehr verstanden mittlerweile vom Spiel. Finde ich gut. Wäre mir aber auch nicht ohne eure Hilfe gelungen. Deswegen vielen, vielen Dank natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, für die Hilfestellung. Und vielen Dank für eine Follow-Norbi. Und ja. Nächsten Freitag geht es dann ab 9 Uhr hier weiter bei Subnautica. Und morgen geht es ab 9 Uhr in Dark Souls 2 weiter. Wenn ihr mich da sterben sehen wollt. Weil da werde ich wahrscheinlich wieder häufig sterben. Ähm, wir sind momentan beim Deathcounter, glaube ich, ganz von 120 oder so um den Dreh rum, glaube ich ganz. Ich weiß es gerade auswendig nicht. Aber geht auf jeden Fall ab 9 Uhr morgen weiter mit Dark Souls 2. Also habe ich immer, äh, Freitag ist mein Variety-Tag. Da ist derzeit dann Subnautica dran. Und Samstag ist mein Sourcelight Park. Gut. Ähm, ja, der heißt auch Baxter. Und nicht zu vergessen, 00 Schneider. Hier hakt auf Neil Baxter. Der 00 Schneider. Ja, ja, ja. 00 Schneider gefällt das nicht. Danke für den schönen Unterwasserströmen. Gerne, gerne. Äh, nein, 21 Uhr. Entschuldigung. 21 Uhr. Nicht 9 Uhr morgens. Nicht 9 Uhr morgens. Ne, ne. Ich bin im Normalfall immer abends da. Ähm. 21 Uhr. Also. Nächsten Freitag 21 Uhr Subnautica. Und morgen 21 Uhr Dark Souls 2. Beziehungsweise nächsten Samstag noch auch wieder. 21 Uhr in Dark Souls 2. Äh. Jesu Welcome. Jesu sagt mir OBS gerade Welcome to the Chatroom. Das ist ja spannend. Gut. Dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Support, für die Kommentare, fürs Mitfiebern. Und, ähm. Falls wir uns nicht mehr sehen, lesen, hören, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ein, äh, äh, schönes Wochenende. Und ansonsten vielleicht ja bis morgen, ab 9 Uhr. Ähm. Oder, ähm, dann nächste Woche wieder ab Freitag, ab Freitag, Freitag ab 9 Uhr. So rum. Ich kann auch nicht mehr reden. Es wird Zeit für mich tatsächlich ins Bett zu gehen. Äh, nächsten Freitag ansonsten ab 9 Uhr wieder Subnautica geht's hier weiter. Dann, äh, euch noch einen schönen Abend. Äh, schönes Wochenende. Und falls wir uns nicht mehr sehen, auch einen guten Start in die nächste Woche natürlich. Also dann, macht's gut. Bleibt gesund. Und tschüss. Und dann, äh, schönes Wochenende.